Es freut mich, wie alle hier begrüßen zu dürfen. Es freut mich, dass der heutige Abend ein so großes Interesse findet. Es ist ja auch die erste Veranstaltung der nunmehrigen Freiheitlichen Akademie Wien, der FPÖ-Akademie Wien, und eine Neugründung und wir haben eine Fülle von Aufgaben hier zu erfüllen, wie ich glaube. Wir haben als Akademie erst einmal Schulungsaufgaben. Wir stellen zum Beispiel, natürlich werden wir zur Verfügung stellen, Schulungen und Informationen über das Wiener Rechtssystem für zum Beispiel Wohnen, für zum Beispiel Finanzen- und Budgetfragen, zum Beispiel die Mitglieder der Wohnungskommission. Wir werden aber natürlich zur Sorge tragen, dass Abgeordnete zum Landtag, Abgeordnete im Gemeinderat, Abgeordnete der Bezirksvertretungen die ersten Ansprechpartner sind, sowie natürlich auch Mitglieder von Bezirksleitungen und in diesem Sinne. Ich glaube, dass wir hier eine ganz, ganz wichtige Aufgabe haben. Wir werden natürlich immer uns bemühen, mit diesen Schulungen nicht in sozusagen Konkurrenz zu treten. Mit dem Bildungsinstitut des Bundes muss auch klargestellt werden. Und das ist der eine Bereich, das sind Schulungen. Das zweite, sie werden Veranstaltungen sein, wo wir wichtige Fragen diskutieren, wie heute eben hier. Und ein ganz besonderes Anliegen ist mir die Abwicklung von Studien. Studien zu bedeutenden Fragen der Zeit, die uns berühren, die wichtig sind für viele Jahre und wo wir Antworten finden müssen. Ich glaube zum Beispiel, Themen werden sein, Bevölkerungsentwicklung der nächsten Zukunft. Wie schaut zum Beispiel die Zukunft der Demografie in Österreich, im deutschsprachigen Mitteleuropa, unter der Zuwanderungswelle, wie sie begonnen hat, aus? Welche Ergebnisse werden sich im Laufe der Zeit einstellen? Wie schaut die Zukunft überhaupt eines deutschsprachigen Mitteleuropas im Sinne eines Ansturms, der offensichtlich sich abzeichnet, aus? Weiters natürlich ein wesentliches Thema, für mich persönlich ärgerlich, die Gender-Politik. Und auch wenn ich so sagen darf, ein gewisser Gender-Terror. Ich halte es für unverantwortlich, dass zum Beispiel in Schulen und Universitäten und in Instituten der Lehre, zum Beispiel Studien und Arbeiten abgelehnt werden, nicht aus inhaltlicher Natur, sondern weil das Gender-Thema nicht eingehalten wurde. Das halte ich für völlig unmöglich und für unwirkbar. Ich darf im Übrigen auch feststellen, dass das ein ganz weiter Bereich ist. Ich glaube, ich bin auch dankbar für gewisse Vorschläge, wo wir hier Abhandlungen vornehmen können. Aber ich nehme an, dass wir hier einen weiten Bereich haben, denn die Ausarbeitung von grundsätzlichen Erwägungen zu grundsätzlichen Themen sind etwas, wo wir sicherlich ganz besonders tätig sein werden. Das ist einmal ein Abriss dessen, was wir uns vorstellen für die Tätigkeit dieser Akademie Wiens. Und im Übrigen freut es mich, heute bei einem zum Beispiel bereits ganz, ganz wesentlichen Thema Sie alle begrüßen zu dürfen, bei der Frage Flucht vor dem Terror oder Einwanderung im Sozialsystem. Das wird ein Thema sein, unter welchem Titel auch immer, das uns die nächsten Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte begleiten wird. Die Abwehr von solchen Anstürmen in ein Europa, das vielleicht als solches bedroht ist, wenn es uns nicht gelingt, eine Antwort darauf zu finden. Und es freut mich, dass zu diesem ganz besonders wichtigen Thema begrüßt werden kann Dr. Amar Al-Bayyati. Er ist Lahn-Experte und Präsident der Initiative Liberaler Muslime. Es freut mich ganz besonders, dass ich begrüßen kann Frau Dr. Karin Kneissl, eine Expertin. Expertin natürlich und eine Ost-Kennnisreiche, eine Ost-Publizistin. Und es freut uns, dass sie heute Abend wieder mal zu uns gefunden hat. Und natürlich ganz besonders freut es uns, unseren Bundes- und Landesparteiobmann, Clubobmann HC Strache begrüßen zu dürfen. Der Jubel ist allgemein umso mehr, als uns das größte Ereignis seit 1945, vor der letzten Wahl, ins Haus geschneit hat. Die Hälfte der Bevölkerung hat bewusst einen freiwilligen Kandidaten gewählt. Ich möchte unserem Bundesparteiobmann danken, aber er möchte ja erst heute nicht hier unseren Gruß natürlich auch an Herrn Norbert Hofer übermitteln, der dieses wirkliche Ereignis zustande gebracht hat. Ich begrüße des Weiteren zur Moderation unserem Landtagsabgeordneten Maximilian Klaus. Jetzt habe ich die etwas schwierige Aufgabe, die zahlreichen Ehrengäste heute hier begrüßen zu dürfen. Ich möchte aber das Einzelvorgehen, ich halte das für wichtig, bei der ersten Veranstaltung sowas zu tun. Ich darf noch einmal begrüßen unseren Vizebürgermeister Mag. Jürgen Godenus. Volkzermal Dr. Fichtenbauer. Den Wiener Klubobmann Dominik Nepp. Unsere Klubobfrau im Bundesrat Monika Müllwert. Den Abgeordneten Dr. Andreas Karlsböck. Die Verabgeordnete zum Nationalrat Jesse Lindl. Dann weiter sein Stadter David Lassau. Stadter Dr. Dr. Schock. Stadterd. ad. Walter Prinz. Und von Landtagsabgeordneten Stadträtin SP Ursula Stenzel. Ich darf des Weiteren, um das nicht weiter zu verzögern, eine große Zahl von Landtagsabgeordneten hier begrüßen. Freut mich sehr, dass das Interesse so groß ist. Und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen der Bildung einerseits des Bundes, der Bildung in Wien, der diversen Referenten für Bildung der Partei und natürlich der Partei selbst eine gute und sehr fruchtbare sein wird. Und in diesem Sinne darf ich die Begrüßung beenden und darf nunmehr Magister Johann Gudenus, unseren Vizebürgermeister, um das Wort bitten. Danke sehr, lieber Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, darf Sie alle auch recht herzlich begrüßen zu dieser ersten Veranstaltung der Wiener Akademie der FPÖ. Man sieht, die Veranstaltung ist gut besucht. Drei Tage nach einem historischen Tag, der schon erwähnt wurde seitens des Präsidenten. Keine Frage, 50 Prozent der Österreicher haben eine freiheitlichen Kandidaten gewählt. Eine hervorragende Leistung. Und ich bin mir sicher, so manche hier würden auch gerne reden über Fairness in der Demokratie, über Wahlanfechtung, über das Briefwahlrecht an sich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden in Zukunft noch genügend Möglichkeiten dazu haben, auch im Rahmen der Freiheitlichen Akademie. Das sind alles wichtige Themen. Und diese Themen werden uns auch beschäftigen müssen. Überhaupt keine Frage. Heute wenden wir uns zu einem lebenswichtigen Thema für unsere Heimat, für unser Volk, für ganz Europa, für Österreich und für Wien. Das ist die Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls. Hier steht Flucht vor dem Terror. Man hat oft den Eindruck, wann wird die Zeit kommen, wann wir vor dem Terror flüchten müssen. Die Frage stellen sich viele in den letzten Monaten. Und das ist eine lebensnotwendige Frage. Wenn wir schauen nach Brüssel, wenn wir schauen nach Paris, wenn wir schauen in andere Städte Europas, Südschweden und andere Städte London zum Beispiel. Also das gibt einen schon zu denken. Und das sind eben diese lebensnotwendigen Themen, die wir Freiheitliche unverblümt an- und aussprechen. Und das ist auch mitunter ein Grund, warum wir so erfolgreich sind unter einem HC Strache als Bundesobmann. Das ist gut so. Wir werden es unverblümt weiter aussprechen, weil die Wahrheit ist zumutbar, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gibt ja auch ein schönes Zitat von Immanuel Kant, das ich gefunden habe. Kein größerer Schaden kann einer Nation zugefügt werden, als wenn man ihr den Nationalcharakter, die Eigenheiten ihres Geistes und ihre Sprache nimmt. Ja, Immanuel Kant hat vollkommen recht gehabt. Und genau mit diesen Problemen sind wir zurzeit konfrontiert. Europa und Österreich sieht sich konfrontiert mit einer Art neuer Völkerwanderung. Es ist eine Völkerwanderung unter dem Deckmantel des Asyl. Eben nicht nur Krieg und Armut sind die Auslöser dieser Massenströme von meist außerhalb Europas. Es ist vor allem auch gewesen, diese unverblümte Einladung seitens der EU. Eine Einladung seitens der Frau Merkel, als sozusagen Vertreterin des stärksten Landes in der Europäischen Union. Auch eine Einladung des Herrn Faymann, der schon abgetreten ist, aber der Herr Kern wird, glaube ich, das Ganze nicht ändern, sondern fortführen. Aber auch vor allem eine Einladung der rot-grünen Stadtregierung, weil es hier eben auch steht, Einwanderung im Sozialsystem. Das ist eines der Hauptmotive, warum vor allem wahrscheinlich zwei Drittel dieser 90.000 Menschen, die letztes Jahr offiziell nach Österreich gekommen sind, im Endeffekt in Wien landen werden. Das ist das Hauptmotiv. Das Sozialsystem in Wien mit der Mindestsicherung, mit der Grundversorgung, mit all den Vereinen, die diese illegalen Zuwanderer verhätscheln. Und ich frage mich laufend, was ist eigentlich das Motiv dahinter? Was kann das Motiv dahinter sein, einer Stadtregierung, aber auch einer Bundesregierung, so viele Menschen auf illegale Weise, von oben gedeckt, aber illegal, ins Land zu holen? Wo ist das wahre Motiv dahinter? Ich habe mich da versucht, irgendwie schlau zu machen. Ist es der Finanzausgleich, damit Wien mehr Geld vom Bund bekommt? Deswegen sollen alle nach Wien kommen. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ist es vielleicht die Tatsache, dass aufgrund des neuen Staatsbürgerschaftsrechts ein Asylwerber nach sechs Jahren langen, ununterbrochenen Aufenthalt in Österreich die Staatsbürgerschaft beantragen kann? Ist das der Grund vielleicht und somit das Wahlrecht bekommt? Das scheint schon plausibler. Angesichts der Wahlergebnisse der FPÖ und der HC Strache und mit Norbert Hofer. Das scheint schon der plausiblere Grund zu sein, warum hier einfach ins rot-grüne Wien und vor allem hierher so viele Menschen gelockt werden und warum sich das System auch so brutal gegen jede Kritik wehrt, die man auch sachlich gegen diesen Umstand anbringt. Xenophobie, Islamophobie, Rassismus und so weiter, all das müssen wir uns anhören, nicht nur als Politiker, sondern auch als Bürger, als Wähler. Aber nein, liebe Freunde, wir sind keine Rassisten, wir sind rechtschaffende Bürger, wir sind Realisten und wir nennen die Dinge bei Namen und vor allem, wir haben Sorge um unsere Heimat und das eint uns und macht uns stark, liebe Freunde. Und was uns allen vor allem die letzten Monate wahrscheinlich schon sehr, sehr gegen den Strich geht, ist da rein diese Vermischung von Zuwanderung und somit Zuwanderungsrecht und Asyl und Asylrecht. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber was hier passiert, ist eine Massenzuwanderung, die eben mit Asyl wenig zu tun hat. Wenn man Schengen betrachtet, Dublin 2 und 3 betrachtet, so sind all diejenigen, die über unsere Grenze kommen, illegale Zuwanderer, die mit Asylrecht überhaupt nichts zu tun haben. Hier wird einfach unter dem Deckmantel des Asylrechts in Wirklichkeit die Rechtsordnung ausgehöhlt, unterminiert und eine Massenzuwanderung gefördert. Und die Auswirkungen, was wir jetzt erleben, ist erst der Anfang. Da reden viele von einem großen finanziellen Aufwand, den man tun muss, um diese Leute zu integrieren. Der nächste Widerspruch, Integration und Asyl passte mal per se nicht zusammen. Integration hat was mit Zuwanderung zu tun, aber nicht mit Asyl. Also all das, aber die Auswirkungen sind viel größer. Sicherheit, Kriminalität, Kultur, Identität, Sprache, Religion, Wirtschaft, all das ist wichtig. Und all das wird seitens dieser naiven, rot-grünen, aber auch schwarzen und pinken Weltverbesserer beiseite gekehrt. Und das ist unsere Aufgabe, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch hier im Rahmen dieser neuen Akademie die Ursachen zu erforschen, die Motive zu erforschen, aber auch Vorschläge zu bringen, wie man es in der Politik erstens besser machen kann und wie man vor allem mit dieser geballten Macht von Medien und Politik in Zukunft umgehen wird, die im Endeffekt ja nichts anderes tut, als eine Kultur in das Land zu lassen, die in wenigen Jahren wahrscheinlich die Scharia über unsere Rechtsordnung und über unsere Verfassung stellen werden. Und sowas lehnen wir ab, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das wollen wir nicht dulden, das brauchen wir hier nicht. Nein, sicherlich nicht. Aber ein letztes Motiv, das mir noch gekommen ist, neben dieser Finanzausgleichsfrage, sprich die finanzielle Frage oder die Frage der Wählerstimmen. Ich habe den Eindruck, dass hier unter vielen dieser sogenannten linken Weltverbesserer ein Zustand herrscht, den man nicht anders beschreiben kann, als Selbstzerstörungswahn. Es ist ein Wahnsinn der Selbstzerstörung, es ist ein Selbsthass, der Hass auf das eigene, der Hass gegen das eigene. Und egal, ob die Mitbürger, Österreicher oder wohlintegrierte Zuwanderer Schmerzen erleiden müssen, ob sie Kosten tragen müssen, ob sie Entbehrungen, Aufwendungen auch hier tragen müssen, egal ob im finanziellen Bereich, im Bildungsbereich, im religiösen Bereich oder im Gesundheitsbereich, alle Bereiche sind davon betroffen, dass sich manche Wiener oder immer mehr Wiener so fühlen, als wären sie Bürger zweiter Klasse geworden. Und auch damit wollen wir freiheitliche Schluss machen. Wiener sind die Bürger und wer sich integrieren will, ist herzlich willkommen, aber Leute, die die Scharia importieren wollen, haben nichts verloren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen auch eine klare Entscheidung unsererseits und das wissen auch die Wähler, eine klare Entscheidung, ja zum eigenen, ja zur eigenen Identität. Es braucht natürlich Grenzen, es braucht Selbstachtung und es braucht auch ein gewisses, großes Maß an Heimatliebe, wenn wir unsere Heimat für uns bewahren wollen. Deswegen treten wir ein gegen diese Selbstaufgabe, die wir nicht brauchen. Und ich darf abschließend zitieren einen ganz großen der Weltliteratur, den Albert Camus, der gesagt hat, Wer die Dinge beim falschen Namen nennt, trägt zum Unglück dieser Welt bei. Wir nennen die Dinge nicht beim falschen Namen. Wir sagen, illegale Zuwanderung ist illegale Zuwanderung. Wir sagen, Weltoffenheit ist in Wirklichkeit Selbstzerstörung. Natürlich, eine gewisse Art von Weltoffenheit ist notwendig. Da sind wir auch, aber nicht diese viel zitierte Weltoffenheit und falsche Toleranz dieser linkslinken, rotgrünen Weltverbesserer. Auch das brauchen wir nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. In diesem Sinne freue ich mich auf eine schöne, fruchtreiche Diskussion und auf einen schönen Abend im Rahmen der Freiheitlichen Akademie. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Johann, für deinen ausgezeichneten Vortrag, der einen riesigen Umriss gegeben hat, wie vielschichtig und wie viele Facetten dieses Thema hat und wie großflächig man das hier beleuchten könnte. Wir wollen uns für den heutigen Abend das Ziel nehmen, drei Fragen zu analysieren, nämlich erstens auf die realpolitische Komponente hinzuweisen. Welche Auswirkungen wirtschaftspolitischer und kultureller und kulturpolitischer Sicht kann diese Massenzuwanderung auf Wien und auf Österreich in Zukunft haben? Zweitens, was sind die Fluchtursachen? Wie ist die Situation vor Ort? Was stimmt, was stimmt nicht? Wir hören immer sehr viel in den Medien, wir wissen allerdings gleichzeitig, dass man natürlich auch das meiste davon nicht glauben kann. Und drittens, den Islam an sich beleuchten und die verschiedensten Aspekte auch in radikaler Hinsicht. Und ich glaube, dass wir dafür ein wirklich hochkaritiges Podium gewinnen konnten. Und ich freue mich, wenn der Herr Dr. Albayati uns jetzt mit seinem Vortrag über den Islam und über seine Sicht auf gewisse Strömungen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Denn er hat ein Buch über den Islam geschrieben. Er hat es auf die Todesliste des IS geschafft mit seinen kritischen Publikationen. Und er ist auch der Chef der liberalen Muslime in Österreich. Herr Albayati, vielen Dank, dass Sie hier sind. Guten Abend, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Einladung. Ich war heute den ganzen Nachmittag für verschiedene internationale Sender, habe ich Stellungnahmen gemacht. Es hat mir sehr gestört, dass immer die Frage, jetzt kommt diese Rechtsradikale und diese Rechtsradikale schadet unserer Österreich. Ich glaube, diese Propaganda hat man schon benutzt zu früh und schadet die Menschen hier. Und deshalb, ich habe sieben Monate Polizeischutz, die vor meiner Tür die Vega mit Maschinengewehr, ich gehe mit gepanzertem Auto und auch mit die Cobra und mit kugelsicherer Weste. Ich habe gesagt, nein, sieben Monate genug, ich will kämpfen, friedlich für die Menschen hier, das ist mein letzter Atemzug. Und ich habe mein Buch, das hier zu erwerben, im Verlag, versichtet auf mein Tantimen, alle meine Veröffentlichungen. Und jetzt komme ich zu meinem Beitrag. Ist Österreich und Europa für die Flüchtlingsflut vorbereitet? Niemand kann dagegen sein, Menschen, die mit ihrem Leben bedroht sind, Schutz und Sicherheit zu gewähren. Aber bei Migranten, die hauptsächlich ihre schlechte Wirtschaftslage verbessern wollen, muss ein beiderseitiges Interesse vorliegen. Wie in den klassischen Einwanderungsländern, der Wirtschaftsmigrant muss auch als Arbeitskraft willkommen sein und gebraucht werden. Das rasante Wachstum der Migrantenanzahl in Österreich und Europa wird deshalb überwiegend als Bedrohung wahrgenommen, weil jene Einwanderer, die wegen ihrer Fähigkeit einer Bereicherung darstellen, leider in der Minderzahl sind, geteilte Meinungen herrschen darum vorwiegend, dass das Ausmaß der Menschen, die tatsächlich Hilfe brauchen, viele sind der Meinung, dass das Asylrecht von Wirtschaftsflüchtlingen unberechtigt beansprucht wird. Andere wollen alle helfen. Darum bleibt diese Pro- und Kontrafrage ein Dauerbrenner. Dieses Problem ist zu einem Dilemma geworden. Wir brauchen endlich praktisch durchführbare Lösungen und keine theoretischen Kompromisse, die zu keinen brauchbaren Ergebnissen führen. Österreich hat in diesem Bereich historisch gesehen eine große Rolle weltweit und in Europa gespielt. Diese Fragen beschäftigen die Menschen und sie erwarten von der Politik klare Haltungen. Leider ist daraus ein Politikum mit parteilichem Kalkül ohne Ende geworden. Die politische Landschaft hat sich längst gewandelt, aber kaum eine politische Partei will dem Rechnung getragen. Das verursachte große Verluste durch die Ängste in der Wählerschaft. Trotzdem will das keiner begreifen, denn die Politiker können und wollen ihre Fehler nicht mehr korrigieren. Aus Angst, dass sie sich deshalb aus der Politik verabschieden müssen. Die Schwierigkeiten häufen sich. Aufgrund dessen müssen wir Probleme, Konflikte, ja sogar burgerkriegähnliche Zustände erwarten. Wir haben gemerkt, die Terroristen und die Radikalen sind bei uns vor der Tür. Weil Österreich und Europa sind auf solche Flüchtlingsflut nicht vorbereitet und können es auch gar nicht sein. Voraussetzung für die Integration von Migranten wäre es, dass Europas Jugend erst einmal selber Arbeit findet, was nur durch Stärkung verteilter Zentren erreichbar erscheint. Warum verlässt man seine Heimat, investiert viel Geld? Ich habe Leute, Taxifahrer haben gesagt, mit Packel 500.000. Ich habe gesagt, geht zur Bank vielleicht falsch. Ich habe nur im Fernsehen 5.000 gesehen. Muss ich ehrlich sagen, ja. Warum verlässt man seine Heimat, investiert viel Geld, kommt alleine und ohne seine Familie nach Österreich und Europa? Fragen bleiben aufgrund der Willkommenskultur ohne Antwort. Fachkräfte, die man zu Hause braucht, flüchten. Die meisten von ihnen sind Männer, die verlassen ihre Angehörige alleine, lassen sie angeblich in unsichere und bedrohten Gebiete zurück. Das ist nicht möglich. Warum hat es die EU versäumt, Griechenland und nicht der Türkei von Beginn an bei der Aufgabe des Schutzes der EU außen Grenzen wirksam zu unterstützen? Auffanglager hätten dazu beitragen können, Griechenland in dieser Krisensituation, weil sie brauchen immer Geld, ja, zu unterstützen. Man muss sich einfach, ja, eingestehen, dass die Flüchtlingssituation auf die bisherige Art nicht zu praktizieren ist. Und man muss die Flüchtlingspolitik überdenken und endlich europäische Lösungen suchen. Was allerdings zurzeit gar nicht bewältigbar ist, da im Jahre 2015 bereits 25 der 28 EU-Staaten den Asylzuzug mehr oder weniger stark blockiert haben. Und die Umverteilung von Flüchtlingen aus den drei überlasteten Staaten, Österreich, Deutschland und Schweden, abgelehnt wird. Dazu kommt noch, dass, solange Politiker, fundamentalistische Personen und ihre dubiosen islamistischen Organisationen in der Parallelgesellschaften und Moscheenvereine ideell und materiell unterstützen, wir mit Radikalisierung, ja, mit Terror rechnen müssen. Und solange den liberalen Muslimen nicht von den Politikern geholfen werden, gibt es keine Lösung. Man verwundert sich, dass diese Parteien Wahlen verlieren und vergisst, dass sie neben anderen Problemen jahrelang den radikalen Islamisten und ihren extremistischen Organisationen uneingeschränkt geholfen haben. Und wenn jetzt auch noch nichts ändern, werden sie zweifellos weiter verlieren. Denn die Menschen merken die vielen von den radikalen Islamisten verursachten Missstände, klar und deutlich. Islamische Kindergarten, andere Sachen, wir kommen in die zweite Runde dann. Die Lage ist also sehr ernst. Wir dürfen nicht in Lager denken, Österreich braucht Lösungen und darf weder Zeit noch Geld verschwenden. Spätestens seit den massiven Sexübergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Köln wächst der Unmut über aktuelle Integrationspolitik in Österreich und Europa. Es ist ein Gebot der Stunde, dem politisch motivierten Islam mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten. Es braucht in Österreich ein gesetzliches Verbot jener Organisationen, die den Boden für Extremismus erst aufzubereiten, konkret ein Verbot der Muslimbruderschaft. Konkret ein Verbot der Muslimbruderschaft und ihrer nahestehenden Organisationen von Milligurush und angesichts der jüngsten, besorgungserregenden Entwicklungen in der Türkei, auch ATIP. Diese Organisationen haben die Einführung der Scharia entgegen den Gesetzen in Europa als Ziel und bereiten die ideologische Grundlage für Extremisten bis hin zum islamischen Staat. Außerdem vertritt die von diesen Organisationen die islamische Glaubengemeinschaft in Österreich weniger als 2% der Muslimen, obwohl sie niemals als Verein oder Organisation angemeldet war, sondern immer als verlängerte Arm von Saudi-Arabien und der Türkei fungierte. Das verunglückte Islamgesetz als Resultat dieser Lobbyarbeit ist ein historischer Fehler. Wie kommt man nun das Migration-Thema leichter in den Griff? Österreich-Kassen sind dank nicht gerade erfolgreicher Regierungspolitik ziemlich leer und wir sollten trotzdem für Zeit die wirtschaftlichen Flüchtlinge dazu aufnehmen. Mindestsicherung an die Gäste bezahlen, die zu keiner Zeit einen Euro in die leeren Staatskasse gezahlt haben. Es braucht meines Erachtens drei klare getrennte Fördertöpfe. Einmal die Mindestsicherung, sie trägt nur für Österreicher. Einmal die Mindestsicherung, sie trägt nur für Österreicher. Diese soll ein Auffangnetz vor allem für ältere, Alleinerziehende und andere Benachteiligte sein. Dann die Arbeitlosen gilt über das Arbeitsamt und drittens gilt aus der Flüchtlingshilfe vom Asylamt, nicht von unserer Kasse. Das bisher praktisierende Mischen der Fördertöpfe ist zu tief und fair gegenüber den Österreichern. Aber ich denke, man muss die Lage ganz einfach realistisch sehen endlich. Was die beiden Regierungsparteien allen, alles in ihrer Kreativität unternehmen, um die Zukunft überall abgewählt zu werden, ist, sehe nirgendwo ein Leuchtfeuer, dass es besser werden könnte in der Zukunft. Letztlich nimmt man mutwillig die Zerstörung der einheimischen Gesellschaft durch ungezügelte Zuwanderung inklusive islamistische Verbrecher in Kauf, Terroristen und so weiter und Radikale, weil man dann auf den Trummer der europäischen Kultur linksideologische Strukturen mit multikultureller Nivellierung einrichten kann. Das ist der falsche Weg. Der richtige Weg ist, denen die Heimat zu bewahren, die in dieser Geburt sind oder hierher gekommen sind, um die kulturellen Werte anzunehmen, Österreich zu werden. Ja, diese Menschen gibt es ebenso, aber die setzen sich nicht in die Zähne, gehen ihrer Arbeit nach, Arbeit nicht als Mindestsicherung und sind zufrieden, hier zu sein zu dürfen. Oder hat man etwa jemals etwas darüber gehört, dass etwa Menschen aus der früheren Jugoslawien, die in noch deutlicher Größe, Anzahl als die Muslime nach Österreich kamen, eine lautstark politische Forderung gestellt haben oder stellen? Leider hat man bei manchen politischen Vertretern manchmal das Gefühl, sie sind geistig nicht mehr in der Lage zu bemerken, wie bestimmte Konflikte in einem nie da gewesenen Ausmaß zunehmen. Da hilft es auch nicht, wenn sich manche Wahlen vor den Augen haben, plötzlich dann doch für Null-Toleranz gegenüber Gewalt und Sexualverbrechern ausschöprenzen und dann doch die Politik der Willkommenskultur und differenziert weiter zu verfolgen. Ich habe die Notwendigkeit der Reformierung des Islam bereits seit dem Jahr 2000 immer wieder artikuliert, aber das wurde von den Politikern stets noch mehr als von den radikalen Islamisten bekämpft. Ich fürchte heute mehr von den Politikern als von den Terroristen und von den radikalen Islamisten. Ich habe auch oft vor allen anderen gewarnt, dass die Flüchtlingsströme, auch Touristen nach Europa kamen. Keiner hat geglaubt. Ich habe eine Woche vor Paris gewarnt, Sie können lesen im Internet, und unmittelbar vor die Anschläge in Brüssel, auch vor den Racheakten nach der Festnahme der Terroristen Abdesalam. Leider hört die Politik nach wie vor, ehe die Verharmloser auf, jene, die Situationen korrekt analysieren. Die Hintergründe dieser Thematik sind in meinem aktuellen Buch, ich habe, wie gesagt, auf meinen Gewinn versichtet, das Buch von dem Verlag direkt zu erwerben. Es kommt die Übersetzung und gibt aktuell auch eine neue Auflage im Herbst oder Anfang nächster Jahr. Also die Hintergründe dieser Thematik sind in meinem aktuellen Buch, auf der Todesliste des IS, weil ich habe 15 Mordrungen, aber ich habe nach 17 Monaten mit kugelsicheren Westen und Maschinengewehr und gepanzerte Auto mit dem Kopra, dankbarerweise das Innenministerium, ich habe gesagt, ich werde sterben im Sinne Österreich und die Menschen hier. Danke. Applaus 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 Ja, vielen Dank, Herr Dr. Albayati. Sie sind ja bekannt für Ihre klaren Worte und ich glaube, dem haben Sie jetzt wirklich wieder alle Ehre gemacht. Aber es stimmt natürlich vieles, was Sie sagen und ich glaube, Sie rennen bei uns auch wirklich offene Türen ein, wenn Sie sagen, dass beim Islamgesetz viel falsch gelaufen ist, dass im Bereich der Milli-Görosch-Bewegung und der Muslimbruderschaft es endlich zu einem Verbot kommen müsste und hier noch immer große Untätigkeit herrscht. Ich möchte jetzt versuchen, beziehungsweise die Frau Dr. Kneistl wird es sicher schaffen, einen Bogen zu spannen hin zu der Situation vor Ort, zu den Fluchtgründen, warum die Menschen hierher kommen, was die Auslöser sind und was wirklich dahinter steckt. Und davor möchte ich noch kurz anmerken und mich bedanken beim Team von FPÖ-TV, die uns allen ermöglichen und vor allem auch dem Herrn Dr. Albayati und der Frau Kneistl, dass unser Vortrag und die Wissensweitergabe nicht nur in diesem Rahmen stattfindet, sondern auch über einen Livestream bereits mehrere tausend Menschen online unsere heutige Veranstaltung verfolgen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Graus. Ich darf den Dank gleich anschließen auch für die sympathische Zusammenarbeit im Vorfeld der Vorbereitung. Vielen Dank für die sehr zügige Korrespondenz. Und ja, vielen Dank an alle Gastgeber, allen voran Parteibabmann HC Strache für Ihr Interesse an meiner Arbeit und auch freue mich mit Amir Albayati auf einem Podium wieder zu sein. Und ja, danke an Sie, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihr Interesse am Thema. Und ich würde eben, ich hoffe, ich entspreche da ja an Erwartungen, aber ich werde eben diesen Bogen zu spannen versuchen und werde anfangen bei der größten Gruppe derer, die sich eben gegenwärtig unter Asylwerbern wandern, den Migranten befinden und finde die Titelwahl auch sehr eben treffend. Es geht nämlich weniger um Flucht vor Krieg als Flucht vor Terror. Die größte Gruppe bilden die Afghanen und die Afghanen flüchten eben unter anderem vor Terror in ihrem Land. In Afghanistan von Krieg zu sprechen, ist fast müßig. In Afghanistan führt man nicht Krieg. Das ist eine alte Kriegsweisheit, Militärweisheit, die hat Alexander der Große beherzigt. Aber für die haben die Briten, weil sie sie nicht beherzigten, im 19. Jahrhundert zweimal einen sehr hohen Blutzoll bezahlt und hätten die USA also vor dem Abenteuer im Oktober 2001 Antwort auf 9-11, wobei ich immer wieder gerne hinzufüge, es war keiner der Attentäter von 9-11 in Afghanistan, es war kein Iraner, es war kein Iraker drunter. 15 der 19 Attentäter hatten eine saudische Staatsbürgerschaft und ich werde nachher dann auch noch kurz auf Saudi-Arabien eingehen, weil auch dort im Zuge von politischen Verwerfungen natürlich Fluchtbewegungen drohen können. Aber Kriege führt man nicht in drei Ländern, das ist ein alterner östlicher Spruch, dazu gehören Afghanistan, Kurdistan und Jemen. Und in allen dreien wird gegenwärtig Krieg oder Terror geführt. Afghanistan, wie gesagt, muss man sagen, seit 1979, dann neu eben angefacht mit der Operation von 2001, die gescheitert ist und wir haben eben einen Krieg auch im Jemen, den Saudi-Arabien vom Zaun gebrochen hat. Wir haben einen Krieg neuerlich in Kurdistan, den eben Präsident Erdogan im letzten Herbst neu losgetreten hat. Zu Afghanistan und zu den dortigen Fluchtbewegungen. Der Iran beherbergt seit den 80er Jahren, also bis heute, drei Millionen afghanische Flüchtlinge und bei der Bezeichnung afghanische Staatsbürgerschaft muss man natürlich auch insofern vorsichtig sein, weil den Afghanen, wenn man das so etwas ironisch sagen darf, gibt es nicht, außer im Rauschgift. Es gibt eben die verschiedensten Ethnien, es gibt Pashtunen, Usbeken und so weiter, Sie kennen sie vielleicht aus der Berichterstattung und bei den Fluchtbewegungen der letzten Jahre Afghanen sind vermehrt natürlich dann im Herbst zugezogen. Es hat sich im Zuge der Ankündigungen vom 4. September der Bundeskanzlerin Merkel, dass Afghanen, Iraker und Syrer von Dublin III ausgenommen werden. Das heißt, sie würden nicht zurückgeschickt werden in das Schengenland, das sie als erstes betreten hätten auf ihrer Reise nach Europa. Da sind natürlich auch vermehrt Pässe ausgestellt worden in Kabul im Innenministerium. Es wurden damals 5.000 bis 8.000 Pässe, elektronische Pässe täglich ausgestellt für Menschen, die nie in ihrem Leben zuvor gedacht hätten, aus Afghanistan selbst auszuwandern. Aber wir haben eben auch Millionen Afghanen, die als teilweise, es gilt nicht für eine Mehrheit, aber es gilt für eine gewisse Gruppe, als anerkannte Konventionsflüchtlinge, also im Sinne der UN-Flüchtlingskonvention von 1951 im Iran leben, aber die sich natürlich auch gesagt haben, angesichts dieses, man nennt es Pull-Faktor, also der Ankündigung, man würde in Europa gebraucht werden, es würde eine Versorgung geben, losgezogen sind. Und ich würde sagen, es sind wahrscheinlich auch viele junge Menschen, gerade aus Usbekistan, aus Tatschikistan, alle Staaten, wo es nicht ganz einfach ist, wirtschaftlich, aber vielleicht auch gesellschaftlich zu überleben, die sich eben anschlossen und dann eben mit dem Argument, sie wären Afghanen, was auch nicht immer der Fall ist, eben mitgezogen. Ich war selbst vor vier Wochen wieder im Iran und habe mit einigen Konsularbeamten auch gesprochen, die mir gesagt haben, es sind viele Afghanen aus dem Iran aufgebrochen. Also auf diese trifft nicht die Flucht vor dem Terror oder die Flucht vor dem Kriege zu. Sie sind schon seit Jahren, teilweise seit ein, zwei Generationen, in einem UN-technisch gesprochenen, sicheren Aufnahmeland. Sieht man sich die nächste große Gruppe an, nämlich jener, der Syrer und Iraker, so muss man hier als Fluchtgründe natürlich die Kriege, aber ich würde sie weniger jetzt auch als Kriege bezeichnen, sondern wirklich als Terrorregime, die wir haben, vor allem alle, also allen voran in Gestalt des Kalifats, des Islamischen Staates, das sich 2014 proklamierte, dass zweifellos gegenwärtig da und dort sich auf territorialem Rückzug befindet, das aber weiterhin natürlich von Raqqa bis Mosul sich erstreckt und wo wir regelrecht politisch Vertriebene haben, also Menschen, die um ihr Leben gerannt sind, die teilweise als intern Vertriebene sowohl im Irak als auch in Syrien Aufnahme gefunden haben, teilweise eben nach Europa gelangt sind, gerade diese politisch Vertriebenen sind aber nachvollziehbar wütend, wenn sie merken müssen, dass in den Aufnahmelagern, in den Aufnahmeländern Personen zum Beispiel sich aus Syrer und Iraker ausgeben, die das nicht sind oder die aus relativ sicheren Zonen dieser Staaten stammen. Also hier auch nur zur Erklärung, gegenwärtig begeben sich, eine Aussage der Bundeskanzlerin Merkel in einem ARD-Interview vor ein paar Wochen, statistisch betrachtet 3000 Iraker wieder zurück in den Irak. Sie kommen aus relativ sicheren Teilen des Iraks, eben in dem Fall vielleicht aus Erbil oder aus Suleymanir. Rückgründe sind zahlreich, man hat sich das anders vorgestellt und es sind teilweise auch sehr banale Gründe, aber man darf sich die Kriegszone Syrien oder Irak nicht so vorstellen, wie, sage ich jetzt einmal, Mitteleuropa im Frühjahr 1945, wo wir einen totalen Krieg hatten, sondern es gibt immer wieder Gebiete, wo man in irgendeiner Weise den Alltag versucht aufrechtzuerhalten. Ein solches Gebiet sind auch die Küstenstädte Tartus und Latakir, wo es vor zwei Tagen zu einer Terrorserie kam durch den Islamischen Staat, 150 Zivilisten, allen voran eben die der alawidischen Minderheit angehören, aber nicht nur diese, wurden dann im Zuge dieser Terroraktion, zu der sich der IS-Bekannte, ermordet. Das heißt, auch die relativ sicheren Gebiete, sie bilden natürlich keine Garantie, aber in der Hauptstadt Damaskus geht irgendwie allen Widrigkeiten zum Trotz das Leben weiter und nicht das gesamte Land ist sozusagen in einem permanenten Kriegszustand, es ist in einem Mangel, in einem Notzustand, der Alltag ist natürlich ein brisanter, aber ich sage das mehrfach im letzten halben Jahr auch immer wieder darauf hingewiesen, man hätte zu einem sehr frühen Zeitpunkt, nicht nur in diesen viel zitierten Hotspots, die es bis heute nicht gibt, sondern auch eben bei den Grenzkontrollen, die dann einmal eingeführt wurden, beispielsweise sämtliche arabisch sprechenden Dolmetscher und wirkliche Dolmetscher, nicht Personen, die zuvor noch im Blumenverkauf oder im Taxibereich tätig waren, eben die dann umsattelten, sondern man hätte diese, also wirklich qualifizierte Dolmetscherübersetzer einsetzen müssen, um nachzufragen, sind sie Syrer, wenn ja, sie behaupten, sie kommen aus Aleppo oder aus Raqqa, wie heißt der Bürgermeister, wie ist das wesentliche, Restauranthauptplatz, wie auch immer, um eben nachzufragen. Das holt man jetzt nach, unter anderem bei den deutschen Bundesasylämtern, aber es fehlen für all diese Befragungen, Untersuchungen, es fehlt schlichtweg das Personal. Auch die aktuelle Frontex-Mission, egal auf welcher Ebene, ob jetzt Asylexperten, Übersetzer, also weder Deutschland noch Großbritannien und andere EU-Staaten, die ihre Kapazitäten zugesagt haben, haben diese wirklich erfüllt. Unter denen, die behaupteten, sie würden als Syrer kommen, als Iraker kommen, befanden sich im letzten Herbst, und das zieht sich bis heute, auch sehr, sehr viele junge Männer aus Nordafrika, also vor allem Algerien, Marokko, Tunesien. Man kann relativ leicht feststellen, nach zwei, drei Sätzen, ob jemand aus Casablanca oder aus Aleppo ist. Das alles wurde verabsäumt, und als ich die ersten Marokkaner in österreichischen Flüchtlingsunterkünften bereits im Mai, Juni traf, stellte sich mir die Frage, wie schafft, also wenn ich Marokkaner bin, warum nach Österreich, warum nicht nach Frankreich oder Spanien, über die Meerringe von Gibraltar ist es um vieles einfacher, theoretisch. Diese Meerringe von Gibraltar wurde in den 1980er Jahren stark befahren, bereist, von damals vor allem eben magribinischen Migranten, die eben ihr Heil in Europa suchten. Sie kennen die Bilder von Ceota und Melilla, den spanischen Exklaven, wo es heute weniger nordafrikanische, vielmehr west- und zentralafrikanische junge Männer sind, die versuchen, die Zäune dort zu überwinden. Jedenfalls das, was passierte im letzten Herbst war, dass viele Menschen in Casablanca, in Tunis, in Algier eine Maschine von Turkish Airlines bestiegen, visumsfrei, um 60, 70 Dollar One-Way-Ticket und dann über die Drehscheibe Istanbul nach Mitteleuropa gelangten. Und meines Erachtens hätte man in diesem gesamten EU-Türkei-Prozess vielmehr vielleicht im Hintergrund diskret auf NATO-Ebene die Türkei in die Pflicht nehmen müssen. Und das ist nicht erfolgt. Also ich bin jetzt nicht voller Schadenfreude, wie Frau Merkel ihre Kritiker zürnt, die sagen, sie hätten Freude am Scheitern, weil wir eben jetzt vor laufender Kamera erleben, wie sich dieser ganze seltsame Pakt auflöst, sondern wenn man wirklich ein Interesse gehabt hätte, das unterstelle ich jetzt einmal, dieses Problem handfest zu lösen, dann wäre nur ein Vorschlag sozusagen, die Visumsfreiheit aufzuheben, die Türkei vielen dieser afrikanischen Staaten gewährt hat. Weil dann wäre es für viele Menschen aus Nordafrika und auch aus anderen afrikanischen Staaten schwieriger gewesen, diese Fluchtroute Istanbul-Balkan zu nehmen. Und ich meine, dass innerhalb von NATO-Strukturen man vielleicht auf die Türkei eine andere Ingerenz, eine andere Einflussmöglichkeit gehabt hätte, als das in diesem sehr von Emotionen, Ambivalenzen, historischer Belastung, EU-Verhandlungsprozesse und dieses Verbinden von EU-Beitrittsperspektiven, also das sind nicht perspektiv, das sind schon handfeste Verhandlungen für die Türkei, im Gegenzug für das Flüchtlingsabkommen. Also das war meines Erachtens zweifellos der Holzweg, abgesehen davon, dass natürlich auch diese hochgeladene Situation in dieser bilateralen Beziehung, Erdogan, Merkel, sicherlich auch das Irrige noch dazu beigetragen hat, dass das scheitern musste. Aber wie gesagt, da hätte man hier mehr machen können. Die nächste Gruppe an vor Terror und politischer Repression fliehenden Menschen werden in meinen Augen zweifellos türkische Staatsbürger sein, ob sie jetzt kurdische Kriegsflüchtlinge sind oder ich denke in allererster Linie an jene türkischen Richter, die ohne Pension in Rente geschickt wurden, weil sie es gewagt hatten, gegen die Söhne von Erdogan zu ermitteln, Sie wissen Bescheid über die Tausenden von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, wie auch immer, im Gefängnis sitzen. Einen Fall, den ich heute in einem Interview besonders hervorhob, weil er mir sehr nahe geht, ist eine türkische Journalistin, Achso Yilis. Sie wurde wegen Nachforschungen, was Waffenlieferungen aus türkischem Waffenarsenal in Richtung islamischer Staat mit Rückendeckung der türkischen Regierung anbelangt, nicht nur zu 20 Monaten Haft verurteilt, das sind einige andere Journalisten auch, die in diesem Thema recherchierten, sondern es wurde dieser Journalistin, die Mutter zweier Kinder, ist auch auf Dauer das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen. Also sie haben hier eine völlig neue Qualität der Bestrafung politisch unliebsamer Menschen und Kritiker. Und es ist also, wenn es noch eines weiteren Beweises bedürft, es ist das zweifellos, der Verrat, der Ausverkauf, all dessen, was man immer wieder gerne eben als die europäischen Werte hervorhebt. Und dieser Kniefall, der es ja nun wirklich ist, fürchte ich, wird böse enden. Unter anderem eben auch mit regelrecht politisch verfolgten Mittelstand, Mittelstand, Lehrerinnen, die sich weigern, beispielsweise das Kopftuch anzulegen, in öffentlichen Schulen und eben Personen, die in irgendeiner Weise unliebsam auffielen. Der Terror, vor dem die Menschen fliehen, ist natürlich auch der Terror, unter anderem eben durch eine Alltagssituation, die sich heute in Staaten wie Algerien, Ägypten, Libyen und so weiter ergibt, ganz besonders natürlich Libyen. Der IS dort, wo er sich zurückzieht in Syrien und im Irak, wächst gegenwärtig auf der Halbinsel Sinai, wächst in Libyen. Und das Kalifat des islamischen Staates ist nicht von Himmel gefallen, es ist das unmittelbare Ergebnis des Irakkrieges von 2003. Und ich erinnere mich an eine Debatte mit Bundespräsident Van der Bell, wo er diese Interventionen eigentlich befürwortete. Also wir führten diese Debatte 2002, 2003. Und da, oder ich darf eigentlich noch nicht richtig Bundespräsident sein, weil die Angeloven ist, das heißt am 8. Juli, aber, pardon, das war jetzt ein Fehler meinerseits, aber eben mit Van der Bellen, der eben diese Aktion damals befürwortete. Neben diesen politisch motivierten Fluchtgründen haben wir natürlich einen wesentlichen Faktor, der die Wirtschaftsmigration mitbedingt, das ist die Demografie. Das ist die Tatsache, dass sich die Bevölkerung in den 22 Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens zwischen 1985 und dem Jahr 2000 verdoppelt hat. Sie müssten in der gesamten Region bis zum Jahr 2020 rund 100 Millionen Arbeitsplätze schaffen, um all die Menschen, die heute auf den Arbeitsmarkt drängen, auf diesen unterzubringen. Das heißt, selbst bei einer Stabilisierung Syriens, und ich hege hier eine gewisse Zuversicht, dass es zu einer solchen kommen wird, selbst bei einer Verkleinerung des Kalifats des Islamischen Staates da und dort, es wird zu weiteren Fluchtbewegungen kommen, zu einer Wirtschaftsmigration, wobei natürlich die Erwartungshaltung jener, die sagen, wir haben in Marokko heute 20 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, ihnen offenbar nicht bewusst ist, dass wir in Spanien 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit haben, in Frankreich 35 etc. Also das Momentum der Demografie ist etwas ganz, ganz Entscheidendes und das bewegt natürlich auch die Migration, die aus Westafrika im Laufe der nächsten Jahre sich natürlich vergrößern wird. Die OECD hat das Meinungsforschungsinstitut Gallup mit einer Serie von Meinungsumfragen seit 2007 beauftragt. Es ist zum Ergebnis gekommen, also aufgrund dieser mehrfach geführten Nachinterviews, rund die Hälfte der nigerianischen Bevölkerung, der 15- bis 30-Jährigen, möchte nach Europa auswandern. Und da fallen immer wieder vier Namen von Staaten, es geht um Großbritannien, es geht um Deutschland, das eine oder andere skandinavische Land, Italien. Dasselbe gilt bei Befragungen in Richtung Sierra Leone, Cote d'Ivoire und so weiter. Hinzu kommt natürlich das Momentum der Verödung landwirtschaftlicher Flächen, Stichwort eben Klimawandel, das besonders das Horn von Afrika trifft. Also die aktuelle Hungerkrise, Landwirtschaftskrise, die sich in Äthiopien abzeichnet, ist wieder einmal eine Kombination aus Misswirtschaft, aus Klimawetterextremen und so weiter. Aus einem Land wie Somalia haben wir eine sehr, sehr hohe Zahl, ebenso wie Eritrea, beiden Staaten geht es um massive Repressionen, haben wir starke Fluchtbewegungen. Groteskerweise flüchten aber beispielsweise Jemeniten, die vor der saudischen Bombardierung oder dem saudischen Terror in dem Fall fliehen. Sie haben keine andere Wahl gegenwärtig, als nach Somalia zu fliehen. Also hier sind Fluchtbewegungen innerhalb der Region des Roten Meeres im Gange, die uns hier noch gar nicht erreicht haben. Soviel zu den diversen Fluchtgründen, die ich, wie in Ihrem Titel beschrieben, auch vielmehr eben unter Terror als unter Krieg subsumieren würde, plus natürlich der von den Vorrednern bereits genannten wirtschaftlichen Gründe, demografischen Gründe, die andauern werden. Ich werde dann in einem zweiten Teil eben auf die Problematik der Aufnahmeländer, des eben Auswanderns, Aussuchens in bestimmte Wohlfahrtssysteme eingehen und das wird dann im zweiten Teil der Fall sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Kneisel, für Ihre ausgezeichneten und sehr detailreichen Ausführungen über die Situation vor Ort und über die Auswirkungen. Ich glaube, dass es jetzt besonders interessant wäre, an der Stelle auch einmal die Fragen zu beleuchten, die sich politisch auftun, nämlich welche Interessen auch dahinter stehen könnten, mit der Türkei solche Pakte zu schließen, die ja offensichtlich keine Vorteile für die Völker Europas haben. Und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass unsere Bundesparteiobmann noch heute da ist und darf ihn um seine Ausführungen bitten. Ja, noch einmal ein herzliches Grüß Gott, einen schönen Abend. Die Frage Einwanderung in den Sozialstaat oder Flucht vor den Terror. Ja, beides sind Gründe, auch Flucht vor Krieg. In der Regel sind aber alle Gründe keine Fluchtgründe im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Das muss man vielleicht auch festhalten. Denn dort ist klar geregelt, dass man aufgrund von politischer, religiöser oder rassischer Verfolgung Fluchtgründe hat im Sinne der Genfer Konvention. Und dass man im ersten sicheren Land, in das man kommt, wo diese Verfolgung nicht mehr gegeben ist, auch den Rechtsanspruch hat, einen Asylantrag zu stellen, Schutz und Aufnahme zu erhalten und auch eine Prüfung dieses Antrags, aber nicht das Recht hat, einfach auf Wunsch durch weitere sichere Länder zu reisen, um dann eben eine Wunschdestination wie Österreich, Deutschland oder andere Länder zu erreichen, um dort endlich auch die entsprechende Sozialhilfe zu erhalten. Also das vielleicht einmal vorweg. Und dass Europa alle Gesetze einfach so noch gut dünken, die Europäische Union außer Kraft setzt, ja, wie es ihnen heute gefehlt, da wird dann Schengen außer Kraft gesetzt und Dublin 2 und Dublin 3 außer Kraft gesetzt. Das alles hat mit Rechtsstaat und Demokratie nicht mehr wirklich etwas zu tun. Auch das muss man einmal festhalten. Und wenn es dann noch Videos gibt, wo das deutsche Bundesasylamt im Jahr 2014, wenn ich mich nicht irre, in über zehn Sprachen im Sinne einer völlig unverantwortlichen, aber gezielt gesteuerten Einladungs- und Willkommenspolitik Menschen aus aller Welt einlädt, die sich verbessern wollen, Richtung Deutschland aufzubrechen, dann ist das gemeingefährlich und fahrlässig gewesen und hat einen politischen Ursprung in Deutschland und bei der deutschen Politik. Und ich sage, da gibt es eine gesteuerte, unverantwortliche Einladungs- und Willkommenskulturpolitik, die von europäischen Politikern ausgegangen ist, die aber natürlich auch von NGOs befeiert und unterstützt wird. Da hat man dann wieder auch die Selbsterhaltungserklärungsmöglichkeit, denn die brauchen ja alle Vereine, die brauchen Subventionen, die brauchen Geld für die Betreuung, die dann anfällt und damit finanzieren sie sich natürlich auch. Und diese NGOs waren ordentlich tätig und sind auch teilweise von den Ministerien in Deutschland auch unterstützt worden für diese Zuwanderungswelle, das auch zu unterstützen. Und dahinter stehen dann große Persönlichkeiten wie der Herr Soros zum Beispiel, der ja auch entsprechend unterstützend tätig geworden ist. Und so gesehen ist das von Politikern und gewissen ideologischen Kreisen gewollt. Und es ist ein Ziel, Europa mit Zuwanderung zu überschwemmen. Es ist ein Ziel, das auch in der Europäischen Union schon offen angesprochen und diskutiert wurde, 60 Millionen Zuwanderer aus unterschiedlichsten Kontinenten dieser Welt nach Europa holen zu wollen. Und das ist die realpolitische Gegebenheit, wo man davon ausgehen kann, dass manche vielleicht da auch Gründe haben. Manche reden uns ein, das sei notwendig, das sei eine Bereicherung, das sei überlebensnotwendig, das sei sozusagen insofern notwendig, weil wir diese Zuwanderung brauchen, weil wir zu wenig Kinder hätten. Manche meinen, dahinter steckt eine gezielte Destabilisierung und manche meinen, dahinter steckt fast schon ein gezielter Selbstmord, ein Suizid Europas. Und ich sage, da ist schon von allem ein bisschen was dabei. Und das, was die Frau Dr. Kneissl richtig aufgezeigt hat, ja, das sind die Entwicklungen jetzt in der Welt aus Afrika, wo 20 bis 60 Millionen auf Dauer aufbrechen wollen Richtung Europa, weil sie natürlich hier Hoffnung haben, es sich zu verbessern. Wir erleben die Wellen aus Afghanistan, aus Pakistan. Wir erleben sie auch aus der Region Syrien, Irak. Wir erleben sie aus allen Herrgottsländern, wo Menschen aufbrechen, in der Regel, um es sich zu verbessern. Und ein Bild haben von Europa, dass sie hier eben auch die entsprechenden Sozialleistungen, die Mindestsicherungen erhalten. In Wien sehen wir ja, funktioniert das ja hervorragend dank der rot-grünen Stadtregierung. Da kriegt dann eine pakistanische Familie 5.400 Euro im Monat. Und ja, so gut ist es der Familie noch nie gegangen, da braucht man gar nicht arbeiten. So gut geht es nicht einmal Pensionistinnen bei uns im Land, die ein Leben lang gearbeitet haben und mit einer Mindestpension ihr Leben fristen müssen. Und das sind natürlich alles Anreize, die aber natürlich dazu führen, dass extreme Konflikte entstehen müssen. Und schauen wir uns die Asylanerkennungszahlen an, dort sieht man ja, dass in Wahrheit überwiegend Menschen kommen, die nicht Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention sind. Wir haben da Zahlen auch, wo von 949 Anträgen aus Pakistan nur ein Prozent positiv entschieden wurde von jener bis April 2016, das zeigt ja einiges auf. Wir haben natürlich Flüchtlinge aus Nigeria, aus Russland, hauptsächlich Tschetschenen, die natürlich überhaupt keine Fluchtgründe im Sinne des der Genfer Konvention haben. Wir haben außer bei Syrien, da gibt es einen hohen Anteil an positiven Bescheiden, das muss man auch festhalten, obwohl das eigentlich subsidiär Schutzberechtigte sind. Die sollten dann, wenn der Konflikt beendet sein sollte, wenn es wieder vor Ort auch Frieden gibt, dann wieder ins Land zurückgehen. Da haben wir auch Gespräche mit dem syrischen Botschafter in Wien geführt, der da uns händeringend sogar darum gebeten hat, dass man jeden Einzelnen auch wieder im Land benötigt und braucht, um das Land in Folge aufbauen zu können. Und ja, wir haben, wenn wir uns die Situation ansehen, in Österreich insgesamt gerade ein Drittel der abgelehnten Asylwerber, die das Land wieder verlassen. Das heißt, von allen, die da rechtskräftig abgelehnt werden, verlassen nur ein Drittel. Also Österreich, de facto leben heute 15.000 illegal hier von diesen Abgelennten. Und eine Studie 2014 von der Universität Wien weist nach, dass eben die Kluft in Österreichs Abschiebepolitik seit Jahren eine ganz, ganz große ist. Zwei Drittel der jährlich abzuschiebenden Ausländer werden stillschweigend im Land toleriert, illegal toleriert. So wie auch das Beispiel Ottergrings, das ja da ganz besonders dramatisch war, wo jemand, der als minderjähriger Tourist nach Österreich kommen konnte, dann hier später einen Asylantrag gestellt hat, der abgewiesen wurde, rechtsbültig abgewiesen wurde, sich dann illegal im Land aufgehalten hat, 18 Straftaten begangen hat, ohne in Haft genommen zu werden, ohne abgeschoppen oder rückgeführt zu werden und dann brutal eine Frau in Ottergring erschlagen hat. Das ist nur die Spitze des Eisbergs in Österreich, weil wir, wie gesagt, hier seit dem Jahr 2000 rund 200.000 Flüchtlinge haben, die einen illegalen Aufenthalt sicher gekämpft haben in Österreich. Das ist eine unglaubliche Zahl und das zeigt, dass da ein permanenter Missbrauch auch passiert. permanent aufrechte Gesetze gar nicht vollzogen werden und dass ein Außenminister auch hier völlig versagt, der zwar immer ein wundervolles Schönsprech in den Zeitungen zum Besten gibt, aber dann nie kritisch nachgefragt wird, der nämlich gar nicht bis dato mit den Ländern verhandelt hat, wie Nigeria, Kenia etc., ihre Verbrecher oder illegal rechtswidrig Aufhältigen wieder zurückzunehmen, damit eben die Heimreisezertifikate auch wirklich ausgestellt werden. Und da gäbe es genügend Ansätze, denn andere Länder haben das ja positiv ausverhandelt mit diesen Ländern, indem sie halt auch einen Druckhebel angesetzt haben zu sagen, ihr seid bereit, eure Kriminellen wiederzunehmen oder rechtskonform Abgelennten wiederzunehmen oder wir zahlen euch keine dritte Welthilfe mehr. Und die Förderungen in die dritte Welt werden eben gestrichen. Das ist dann die Sprache, die man versteht und dann funktioniert es. Und natürlich müssen wir darüber nachdenken, welches Signal senden wir aus. Bis dato ist das Signal ausgesendet von Seiten der europäischen Unionspolitiker. Aber jeder, der es schafft, europäischen Boden mit seinen Füßen zu betreten, der kann hierbleiben. Der wird aufgeteilt. Der wird nicht zurückgebracht. Und ähnlich ist auch die gesamte Entwicklung der Frontex ausgerichtet, wo man immer sagt, wir haben da eine tolle EU-Frontex, die da auf hoher See sozusagen Europa schützt. Und wenn dann Menschen von Afrika aufbrechen mit Schiffen, die dann aufgehalten werden, ja, die werden aufgehalten. Nur der Befehl lautet, zu Recht die Menschen in Sicherheit zu bringen. Aber dann lautet der Befehl, die Menschen nicht zurück zu den afrikanischen Häfen zu bringen, wo sie ausgelaufen sind, sondern nach Europa. Und das zeigt ja auf, welche fehlerhafte Politik es da gibt. Und diese fehlerhafte Politik kritisieren wir vehement, weil die gehört verändert. Wir müssen klar und deutlich wie Australien auch mit einer Sprache sprechen und sagen, No way, probiert es nicht. Wir können euch nicht nehmen. Wir können das nicht verkraften. Ihr könnt bei uns wirtschaftlich keine Zukunft erleben. Ihr könnt, wenn, legal versuchen, als Zuwanderer zu uns zu kommen mit einer Genehmigung. Aber jeder, der das anderes probiert, den schicken wir konsequent zurück. Das ist die einzige Möglichkeit, die es hier gibt. Und wenn wir das nicht tun, wird uns das Problem überrennen. Und es wird jetzt Richtung Sommer wieder losgehen. Halt mit neuen Routen. Und die Route ist schon klar, über Albanien, über Italien, Richtung Brenner. Und dann wird das, was wir letztes Jahr im Sommer erlebt haben, sich wieder wiederholen. Und dann werden wir wieder die gleichen politischen oder ähnliche oder ein paar neue Gesichter an Politikern erleben, die mit dem alten Programm genau die Ungeheuerlichkeit des letzten Jahres vielleicht fortsetzen. Und das ist das Dramatische, weil alles, was da passiert, bedeutet ja nachhaltigen Schaden. Ein nachhaltiger Schaden, der sich in so vielen Bereichen auswirkt, ob das jetzt die Frage der Kriminalitätsentwicklung ist, wo wir einen dramatischen Anstieg gehabt haben von 43.000 in Richtung 90.000 ausländischer Straftäter. Eine Verdoppelung, wo es die gesamten Entwicklungen gibt im Bereich der sexuellen Belästigung, Vergewaltigung. Und nur, wenn ein Fall das Licht der Öffentlichkeit erblickt, kann man es laut Exekutivbehörden mal 45 rechnen. Ein Wahnsinn. Und diese gesamte Entwicklung der Kriminalität, die natürlich Unsicherheit mit sich bringt, die Hotspots am Bratenstern etc., jeder liest tagtäglich davon. Und dann merkt man eigentlich von politischer Seite nicht wirklich effiziente Maßnahmen dagegen. Wir haben Entwicklungen, die auf uns zukommen, der Kosten. Wo natürlich Vereine und NGOs, ich sage die Asylindustrie, exzellent auf Kosten der Steuerzahler damit Geld verdient. Aber die Steuerzahlerkosten explodieren. Es sind über eine Milliarde, 1,56 Milliarden, die schon jetzt an Kosten angefallen sind. Das Finanzministerium hat sogar in einem internen Bericht berechnet, dass das 12 Milliarden, also für die kommenden vier Jahre sozusagen an Zusatzkosten verursachen wird. Da reden wir nur von der Betreuung. Wir reden noch gar nicht von den weiteren Kosten. Gesundheit, Integrationskosten, die auf uns zukommen, Folgekosten, die auf uns zukommen. Und inwieweit da überhaupt die Integration möglich ist angesichts des Bildungsniveaus. Das sind eben leider nicht die Mediziner und Chemiker und Physiker, die wir da präsentiert bekommen haben, sondern zu einem großen Prozentsatz, ein Drittel an Alphabeten. Menschen mit einer ganz geringen Schulausbildung, nicht einmal Pflichtschulabschluss. Und dann jene, die einen Pflichtschulabschluss haben, aber keine Berufsausbildung haben. Und dann jene, die eine Berufsausbildung haben und ganz wenige, die vielleicht einen akademischen Grad haben. Aber das ist alles nicht mit dem Ausbildungsstandard auch Europas vergleichbar. Das heißt, man muss hier auch wiederum zurückrechnen, wie viele Jahre da hinten liegen bei den Menschen und was man da aufholen muss, um überhaupt einen Grad zu erreichen, wo sie dann wertschöpfend auch irgendwann einmal hoffentlich für die Gesellschaft tätig werden können. Und das ist das Schwierige sozusagen der gesamten Entwicklung bis hin zum Terrorismus-Tourismus. Und da sind wir dann sozusagen bei dem Gerüst dahinter. Dass natürlich hier eine Islamisierung stattfindet. Und das muss man sehen und offen ansprechen. Da findet eine Islamisierung statt, die auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen zu werten ist. Weil das Islamgesetz angesprochen worden ist. Das ist ein Sonderfehler Österreichs. Ein spezieller Fehler, ein Islamgesetz zu machen. Da werden wir noch viel Diskussion haben. Da müssen wir rasch was tun und da bitte ich auch, dass wir uns gemeinsam zusammensetzen. Das war ein historischer Fehler. Wir haben nicht einmal amtlich eingefordert, dass eine Religionsgemeinschaft, die man anerkennt, selbstverständlich den Koran in Deutsch vorzulegen hat, damit wir vor Anerkennung überhaupt einmal über die inhaltlichen Grundlagen diskutieren können, ob die überhaupt verfassungskonform sind und den UN-Menschenrechtskonventionen entsprechen. Das heißt, wenn ich die Grundlagen nicht habe, dann kann ich gar nicht debattieren und diskutieren. Und vielleicht kommen wir dann später noch auf die Grundlagen, weil natürlich müssen wir sich einmal mit den Suren und mit den Zitaten und mit den Inhalten dort auseinandersetzen, die natürlich genauso wie die Scharia nicht mit den UN-Menschenrechtsgrundlagen auch vereinbar sind. Und so gesehen sind das verfassungswidrige Glaubensgrundlagen, mit denen wir es zu tun haben. Und das ist der politische Islam. Denn Religion soll Privatsache sein. Aber wenn wir eine Körperschaft, eine Glaubensgemeinschaft genehmigen und in ein Gesetz gießen, dann haben wir zu prüfen, auf welcher Basis dort die Lehren verbreitet werden. Und sind diese Lehren überhaupt mit europäischen, westlich-demokratischen Grundsätzen vereinbar oder nicht? Weil natürlich dort Religion mit Politik, mit Gesellschaftssystem und Rechtssystem untrennbar miteinander verbunden ist. Und das macht es ja so gefährlich. Und natürlich haben wir da eine Entwicklung, dass Terrortouristen über die Flüchtlingsroute auch nach Europa gekommen sind. Und die haben hier schon auch Terrornetzwerke angetroffen, die in den Vereinstrukturen Österreichs zum Beispiel seit Jahren und Jahrzehnten ja fleißig subventioniert werden mit unseren Steuergeldern. Wo dann von islamischen Kindergärten, kleine Kinder schon ideologisiert und radikalisiert werden, wenn wir die Lehrinhalte, die wir aufgedeckt haben, bewerten und beurteilen. Und dann wundert man sich, dass dann später Jugendliche in den Vereinstrukturen sich radikalisieren und sich melden für den islamischen Staat, um dann unten als radikale Extremisten und Terroristen dann tätig zu sein. Und zwei der Terroristen, die über die Flüchtlingsroute gekommen sind, zwei der Terroristen von Paris, haben sich ja auch mit den guten radikalislamistischen Vereinstrukturen in Österreich getroffen, nachweislich. Die waren ja hier, weil natürlich Sarajevo, Graz und Wien schon Vereinstrukturen haben, die da sehr eng vernetzt sind im radikalen Islamismus, was Wahhabiten und auch die saudischen Strukturen betrifft. Und die haben sich nachweislich hier aufgehalten und Kontakte gehabt. Manche Informanten aus dem Verfassungsschutzbereich sagen, ja, die haben sich hier mit vermutlich vielleicht sogar Köpfen dieser Bewegung getroffen vor den Anschlägen. Und da habe ich damals sogar aufgedeckt, dass Unkraut-Ex in einer favoriten Apotheke gekauft worden ist von den beiden, wo sogar eine Anzeige erstattet wurde von der Apothekerin und der Verfassungsschutz dann tätig geworden ist, aber nicht die Herrschaften festnehmen durfte. Die dann später in Paris unter anderem bei den Attentätern dabei waren. Und das zeigt schon einiges auf. Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, mit einer politischen Verantwortlichkeit zu tun, wo man den Eindruck hat, die sind nicht fähig, nicht willens oder schauen bewusst weg. Anders kann man das gar nicht mehr bewerten und das macht es wirklich dramatisch. Und wir müssen hier ganz, ganz offen und ehrlich sozusagen über diese Fehlentwicklung reden, sie abstellen. Und es wird nur politisch gemeinsam gelingen, sie abzustellen. Ich möchte vielleicht nur einen Schlusssatz noch sagen zu den Dolmetschern. Da höre ich auch immer wieder, dass Menschen, die als Dolmetscher für das Innenministerium tätig sind, da habe ich ein paar wenige, die den Weg zu mir gefunden haben, die entsetzt gewesen sind, die uns gewarnt haben, dass bei den Dolmetschern mit überwiegender Mehrheit für das Innenministerium ja selbst die radikalen Islamisten übersetzen und falsch übersetzen und sie das ja hören und auch mitbekommen, dass hier gelogen wird, dass die Fehlangaben machen, dass man am Dialekt hört, dass der gar nicht aus der und der Region kommt, was der behauptet und dass eigene Netzwerkstrukturen bereits bei den Dolmetschern für das Innenministerium gibt. Also da habe ich dann überhaupt kein Vertrauen mehr in diesen Staat, wenn ich dann von Dolmetschern mit Migrationshintergrund bereits gewarnt werde, von Männern und Frauen, die Angst haben vor den radikalen islamistischen Strukturen in Österreich und sagen, sogar dort sind sie schon mit Mehrheit im Dolmetscherbereich vorhanden und dem Innenministerium fällt es bis heute nicht auf und man glaubt offenbar auch diesen Herrschaften bei der Übersetzung. Na dann darf man sich überhaupt nicht mehr wundern über gewisse Entwicklungen. Ja vielen Dank lieber HC und ich glaube wir alle müssen uns auch einmal bei dir bedanken, nämlich dafür, dass du der einzige Politiker in Österreich bist, der seit Jahren vor diesen Gefahren wart und der seit Jahren dafür von allen Kräften denunziert wurde, allerdings der, wie wir heute bewiesen haben, wirklich Recht behalten hat. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Herr Dr. Albayati, es wurde das Thema Scharia kurz angesprochen. Vielleicht können Sie noch ein paar Worte dazu sagen und dann einen Blick in die Zukunft geben und Perspektiven und Lösungen, so quasi als Insider in der islamischen Szene aufzeigen. Da werden wir Ihnen sehr verbunden. Ja, ich möchte ergänzen, dass nicht nur die Scharia, sondern auch die islamische Gemeinschaft und die ganze Vereine glauben und durch diese halale Produkte auch die Muslimbruderschaft in Europa profitieren zu Milliarden, sogar auch in Österreich, auch die Muslimbrüder tätig. Da muss man ansetzen und verbieten die Scharia. Dieses Schleichen der Scharia muss man stoppen. Aber ich möchte auch erinnern, dass im Kindergarten, wie Herr Strache gesagt hat, zum Beispiel mit drei Jahren, vier Jahren, die Kinder müssen, die Mädchen mit Kopftuch. Und wir haben verlangt, Verbot von Kopftuch, wenigstens für Kinder, geschweige in dem Koran, gibt kein Kopftuch. Soll jemand, eine Gelehrte mir sagen, wo steht, es gibt eine Sura, 33, 53, 54, manche Übersetzung auf Deutsch, bezogen auf eine Trennwand oder also Gardine, wenn die Gefolge von dem Propheten haben, auch vom Kopftuch nicht. Aber warum das ORF und die Medien nur bevorzugen diese Kopftuch-tragende Frauen und die Muslimbrüder? Alle, die kommen in die Medien oder ORF, meistens Muslimbrüder. Ich habe in der letzten Zeit viele Flüchtlinge getroffen. Ich habe erfahren, dass zum Beispiel, ich sage Ihnen, es ist kein Geheimnis, wir haben viele Minister getroffen, Parteichef, sogar war ich mit Dr. Kreisel bei der News-Chefin, Beate Reisinger, wir kennen sie von EVP, wir waren auch bei SPÖ-Club, bei EVP und alle sprechen, aber tun nicht. Und ich habe auch Botschafter getroffen, deshalb sage ich Ihnen, warum. Tausend Iraker sind zurück und sie bekommen keine Hilfe von Innenministerium oder von Asylamt. Und ich habe getroffen, Leute seit fünf Jahren, eine Frau, eine junge Frau, sitzt und kassiert, sie sind enttäuscht, sie wollen nach Hause, aber man schickt ihnen zu Caritas, Audiogonie oder Menschenrechtsorganisationen und schickt ihnen zur Anwalt und nochmal Gerichtsverhandlungen, Gerichtsverhandlungen und so. Wir verlangen, alle abgelenkten Asylwerber sofort nach Hause zu senden. Außerdem, wissen Sie, ein islamisches Zentrum, Herr Strache, keine Kanton gegen die Terroristen, radikale Islamisten. Wissen Sie das, ja? Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, steht in meinem Buch. Im islamisches Zentrum sind Chechenen, eine mit Bodyguard, ist verhaftet wegen, in der letzten Zeit, ich bekomme vielleicht Klage, ist verhaftet wegen, er hat Mafia gebildet, ja? Dieser Chef wollte mit Bodyguard aus Chechenen, Bosniaken, Araber und Türken, im islamisches Zentrum nach dem Freitag gebeten, eine Zeuge, ich kenne ihn nicht, ein Arztfreund von mir und waren wir bei der Verfassungsschützer. Wissen Sie, Sie wollen mich umbringen mit Messer. Er sagte, wenn wir Amril Beate nicht stoppen, wir werden ihn umbringen. Er sagte, wie? Er sagte so. Keine Todinnen war es. Von zehn Monaten ging es und die Terroristen, die stammen aus Wien und Österreich, sie haben Tausende und Abertausende in Deutschland und keine Todinnen. Deshalb, ich habe Angst, nicht mehr. Ein Freund hat mir gesagt, Amr, du bist tot. Aber ich bin lebendig, weil ich kämpfe friedlich für diese Gesellschaft. Ich habe einen Bahnhof in Gras, Salzburg in Wien, weil ich mich orientiere als Islam-Experte und Präsident der Initiative Liberale und Muslime, das sieht nicht wie manche Experten, die kommen in die ORF oder in die Medien und die wissen nicht, sie haben nicht mal einen Moscheebesuch. Alle eigentlich kommen von sicheren Ländern, wirklich. Und viele von Ihnen kommen von der Türkei, sogar von Saudi-Arabien. Okay, ich gebe Ihnen Adresse. Jemand hat ein Geschäft, zwei Geschäfte, Lebensmittelgeschäfte, können wir morgen von ihm kaufen. Ist ein Flüchtling? Ich verstehe das nicht. Kommt von Saudi-Arabien ein Flüchtling, ist anerkannt sofort. Von der Türkei haben Leute Restaurants und Geschäfte. Wo gibt es sowas, bitte? Und die Politiker bekämpfen uns, aber wir haben keine Angst, solange wir im Sinne von Ihnen so. Außerdem, ich habe, Sie wissen, ich habe gewarnt immer vorher im Internet. Es gibt eine aus Algerien in Salzburg auf Antrag von Berlin, Sie wissen, Sie haben davon gehört, und eine aus Algerien, eine aus Pakistan. Ich habe eine höhere Verfassungsschützer, ich will nicht den Namen nennen, weil vertrauliche Gespräche. Ich habe gesagt, ich warne euch in Deutschland, wenn diese Leute haben mit der islamischen Stadt zu tun, frühzeitig. Und eine von den Assistenten schaute mich an und sagte, ich bin kein Hilfsseher, aber ich analysiere. Ich habe den Terror von Paris zehn Tage oder eine Woche vorher, ich war in England, ich habe gesagt, England, Frankreich. Nein, ich lese die ganze Zeit die Facebook. Ich habe die Verfassungsschützer gesagt, ihr habt viele Informationen, aber ihr habt keine, die analysiert. Und das ist ein Mangel. Außerdem, diese Leute, ich höre Ihnen in Arabisch, sie sind meistens wirklich, sie sagen, mach diese Story, mach das, 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 das. Also einer lernt der andere an. Also ich könnte ungefähr sagen, wenn ich nicht falsch sage, 80 Prozent, auch wenn sie vom Terrorgebiet kommen, dort leben sie. Nein, die Terroristen auch verkaufen Öl in der Türkei, das jeder weiß. Glauben Sie, wenn die Terroristen bringen alle um, das stimmt nicht. Sie kämpfen militärisch mit den Gegnern von der irakischen Armee oder der syrischen Armee oder anderen Gruppierungen, wie die Kurden jetzt in Syrien und so weiter. Mich interessiert hier jetzt, wie weit kann diese Radikalisierung zum Beispiel, ich habe aufgedeckt, Hishamil Baba, er kämpft seit Jahren in Syrien und bekommt er von Staatsschulrat gehalten. Wissen Sie das, Herr Strache? Wissen Sie? Ich habe gestoppt, seine Karenz gilt durch meine Veraufentwicklung, warst du da wieder in die Krone, ja? Er hat Video, er hat Studienmaterial, er war 15 Jahre verantwortlich für den Islamunterricht von der islamischen Glaubensgemeinschaft in unserer öffentlichen Schule in Österreich. Und er ist von uns kennengelernt, der Hizud Tahrir. Er sagt das in seiner Homepage, er sagt in dem Video. Und wir sagen, woher kommt der Radikalismus und Terrorismus? Nein, guten Nacht, Österreich. Aber ich sage, guten Morgen, Österreich, wir sind stark, wir werden weiter kämpfen, bis wir erreichen. Wissen Sie, ich war vor Gericht das erste Mal Zeuge für diese Mirsad Omorovic, diese Bosnische von der Venediger Aue-Moschee. Er kam zu mir, Hossein, einer Freundin, der sagt, Amir, ich will das umbringen. Ich sage, warum, sagte er, meine Kinder waren aufgewachsen mit Ferasi Hoidi, der tot auch dort, der mich angedrohte. Ich sage, du sprichst mit deinen Kindern, hat er mit ihnen gesprochen. Und ich war Zeuge, weil ich habe veröffentlicht, in der Krone, dass Mirsad Omorovic im 13. Bezirk bei der katholischen Kirche ein sah. Sie sind einunglos. Alle Selevisen sind aus Österreich gekommen. Und es waren Sandra und Samra dort. Ich habe gesehen, ich habe gesagt, Frau Richterin, ich kann nicht sagen, er hat sie geschickt. Ich habe Angst zu sagen. Sie wissen, was ich meine, ja. Er hat sie geschickt. Aber ich habe gesagt, Frau Richterin, ich habe gesehen, weil Sandra sieht wie meine Neffin mit blauen Augen. Ich habe sie lieb geguckt und die andere Samra gegangen und so weiter. Er hat sie geschickt. Aber vor Gericht, wenn sie morgen, ich bringe ihnen das Zeug, ich habe nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, habe ich gesagt, dass sie, er hat ihnen geschickt. Also es gibt viele Geschichten. Und warum ich habe das Buch geschrieben? Ich habe das Buch geschrieben und jetzt kommt in die englische Übersetzung. Und wir haben ergänzt, aber es kommt eine neue Erhöhung. Also noch viele Aufdeckungen, die täglich machen. Übrigens, wir haben eine Aussendung, ihr könnt lesen. Es gibt eine Kindergartenheit, es war Islamah. Dieser Terrorist, Mohammed Mahmoud, der Jihadist, hat in Gericht gesagt, war Islamah. Wisst ihr, vielleicht Frau Dr. Karin kann helfen, dass ein Jihadruf, war Mu'ta Samah, der Kalif ruft sie. War Islamah, Muslime, kommst du Jihad. War Islamah, Kindergarten muss geschlossen. Wir fordern heute noch nachträglich, steht in unserer Homepage. Außerdem, Nebi Oysal und Anishak, ehemaliger Präsident der Islamisch-Glaubenserschaft. Ich habe damals für die Wiener Zeitung aufgedeckt. Er hat sogar mit Zeichnung, dass jeder Muslim bereit ist, sich für seine Heimat in die Luft zu bringen. Und nachher sagen sie für die Zeitung, ja, weil in der Türkei gibt es einen Krieg mit der PKK. Aber bitte, Herr Strache, haben wir einen Krieg hier mit der PKK oder mit der Türkei? Und bekommt er noch einen Orden. Alle Muslimbrüder bekommen einen Orden. Alle. Also diese Sachen muss man endlich mal, vor allem ist die katholische Kirche auch unsere Kritik. Sie haben eine Fakulität mit der Islamischen-Glaubenserschaft. Morgen werden sie die Katholiken auch islamischen Unterricht und den Koran dort lehren. Das ist absurd. Das gibt es nicht. Weil, wie Sie wissen, wir möchten den Islam reformieren. Wie die Juden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wir sagen, die Bücher belassen. Die Hadith von dem Propheten Mohammed. Aber wir haben Auslegung. Gleichberechtigung der Frau. Nicht, wenn die Frau, der Vater stirbt, bekommt die Hälfte. Oder zwei Frauen, müssen zwei Frauen wie eine Zeuge. Das gibt alles hier. Und Sie denken das. Aber nicht im Kindergarten, sondern auch in den Moscheenvereinen. Und ich will auch kein Geheimnis verraten. Es gibt Koranschulen in den Moscheen, Kinder mit Kopftuch. Und wissen Sie, ich sage Ihnen jetzt nicht, ich will aufdecken für eine Zeitung. Und Sie werden von österreichischen Stellen und auch Firmen unterstützt. Und Banken unterstützt. Und Firmen unterstützt. Das muss zu Ende sein. Eine Bank und eine Versicherung mit dem wahhabitischen, suiudischen, arabischen Islamzentrum unterstützen diese Koranschule. Und die Kinder vielleicht mit drei Jahren. Ich habe Fotos. Kann ich Ihnen geben, wenn Sie wollen. Aber ich will das alles aufdecken. Aber ich habe so viel Material, das kann Bücher über Bücher. Ich brauche vier Sekretärin, bis das nächste Buch vielleicht zu machen. Das ist so viel Missstände. Und diese Missstände müssen wir gemeinsam beheben. Vielen Dank, Herr Dr. Albayati. Ich kann nur jedem wirklich nochmal mit Nachdruck empfehlen, das Buch, das man hinten erwerben kann, auch wirklich zu kaufen und mitzunehmen. Es steht viel Interessantes drin, das auch noch weit über den Vortrag hinausgeht. Und es kann wirklich niemandem schaden. Ganz im Gegenteil, es kann jeden nur sehr weiterbilden, wenn man sich da auch weiter informiert und in dieses Thema noch genauer und in die Materie noch genauer eingeht. Frau Dr. Kneißl, wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass es bei vielen Leuten, die hier unter dem Deckmantel Asylzuwanderung eine völlig falsche Erwartungshaltung gibt und dass die Erwartungshaltung der Leute, die jetzt nach Europa kommen, eine ganz andere ist als die derer, die es noch vor 30 Jahren getan haben. Vielleicht könnten wir auf dieses Thema noch kurz eingehen. Sehr gerne. Ja, vielen Dank für alles, was bislang am Podium gesagt wurde. Ich darf vielleicht die Problematik, die Herr Partei-Chef Strache angesprochen hat, was die Dolmetscher-Situation anbelangt, das ist ein Dilemma, in dem sich viele europäische Staaten befinden. Also zum Beispiel ist es dem MI6, dem britischen Nachrichtendienst, zweimal passiert in den letzten 15 Jahren, dass sie politische Analysten rekrutierten, die der arabischen Sprache mächtig sind und die sie dringend suchen, die letztendlich sich als aktive Al-Kaida-Mitglieder erwiesen. Also es ist nicht nur sozusagen ein Dilemma, dass österreichische Behörden erfasst, deutsche, aber es ist, ich erinnere mich, ich glaube es war im Jahr 2001 oder 2002, dass der damalige Finanzminister Grasser und Bundeskanzler Schüssel am liebsten arabisch als auch Ideenfach abgeschafft hätten an den Unis. Aber wir brauchen es heute dringend und es gibt sie, die arabischen Dolmetscher, aber man müsste wahrscheinlich in einer Art guten Werkvertrags-Übereinkommen diese jetzt für eben eine bestimmte Zeit rekrutieren. Diese überzogene Erwartungshaltung und falsche Haltungen, mit denen Menschen kommen, wenn ich das so überblicken darf über die letzten 30 Jahre und auch wie ich es in meinem Bekanntenkreis, Kollegenkreis erlebt habe, mit Menschen, die in den 80er Jahren beispielsweise vor der Islamischen Republik Iran und dem damaligen Terror, der sich im Iran gegenüber eben freidenkenden Geistern stellte, die Menschen kamen an sich mit der Einstellung, in Europa sich zu beheimaten und das läuft eigentlich auf etwas hinaus, was viele heute nicht so gerne hören werden wollen. Es ging eigentlich eher um eine Assimilierung als um eine Integration. Ruth Koppmanns, der niederländische Integrationsforscher, hat sich mit dieser Problematik empirisch auseinandergesetzt und er kommt eigentlich zu dem Schluss, wie gesagt, das ist mir klar ein heißes Eisen, Assimilierung wird gerne abgelehnt im Sinne von, Menschen müssten dann ihr Kulturgut, ihre Identität verraten und so weiter. Aber es zeigt sich, dass eigentlich nicht zuletzt auch aufgrund des ausgebauten Wohlfahrtssystems es in den Staaten, wo die Versorgung besser ist, im Sinne von eben hoher Sozialausgaben, die Integration letztendlich daran scheitert, weil man sich eben hier in diesem sozialen Netz aufhält, auch nicht bereit ist, außerhalb der eigenen Ethnie-Religionsgruppe seinen Bekanntenkreis zu suchen, auch nicht außerhalb der Ethnie zu heiraten. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit der Lage in den USA, wo das Sozialnetz nicht in diesem Umfang ausgebaut ist, ist es eigentlich für den Neuankömmling eine Notwendigkeit, sich möglichst rasch zu assimilieren und nicht eben nur zu integrieren im Sinne von, ich bleibe innerhalb meiner Community und heirate auch nur innerhalb meiner Community. Das ist mir schon klar, natürlich gab es immer ein Little Italy in New York und immer ein Chinatown, aber wenn wir das mal wegdenken und darüber hinaus eben die großen Einwanderungsbewegungen in den angelsächsischen Staaten, da war einmal eine andere Einstellung da. Und dieses eben sich mit dem Empfangsstaat anders verhalten müssen, ich komme nochmals auf die Forschungen von Ruth Kruppmanns zurück, die erst jetzt so ein bisschen stärker rezipiert werden, er war bis vor einiger Zeit noch ein gewisser Geheimtipp, Ruth Kruppmanns und sein Team haben drei Jahre lang 6.000 muslimische EU-Staatsbürger in vier europäischen Staaten befragt, sind unter anderem mit ihren Ergebnissen zu dem Schluss gekommen, dass 63 Prozent die religiöse Pflicht über das staatliche Recht stellen. Und mit all den Folgen, die wir eben dann kennen, die heute schon erläutert wurden, auch ein sehr hoher Prozentsatz sich dagegen ausspricht, einen Mann oder eine Frau aus dem Aufnahmeland zu heiraten, sondern man lässt sich dann eben eher aus dem Familienclan, das sind vor allem meistens Männer, die dann nach Europa gekommen sind, eine Jungfrau aus dem weiteren Familienkreis nach Europa nachschicken. Und das sind Entwicklungen, die eigentlich erst in den letzten Jahren sich massiv eben weit in diese Richtung gestiegen sind, weil, wenn ich jetzt vergleiche mit dem Kollegenbekanntenkreis der 80er Jahre, man kam nach Europa, um Franzose, Brite, Deutsche oder was auch immer zu werden. Das war die Haltung jener, die aus dem Iran, die aus Algerien geflüchtet waren, die ein Kriegsgebiet Libanon verließen. Sie wollten sich in gewisser Weise eine neue Heimat schaffen, in dem sie eben als Staatsbürger mit allem, was dazugehört, in diesen Staaten eben zurechtfinden wollten und sich auch einen Freundes- und Bekannteskreis eben in diese Richtung schufen. Interessant, was eben auch die Problematik, was wiegt höher, religiöse Pflicht oder staatliches Recht. Eine ähnliche Umfrage hat Pew Research gemacht in den letzten Monaten in nahöstlichen Staaten bis hinein nach Pakistan. Und da ist man beispielsweise im Libanon zu dem Schluss gekommen, nur 35 Prozent der Bevölkerung würden das religiöse Recht über das staatliche stellen. In Europa sind es aber, wie gesagt, unter den muslimischen Einwandern über 60 Prozent, die das religiöse über das staatliche stellen. Also da ist eine andere Auffassung und ein Zugang eben zur Trennung von Politik und Religion in den Herkunftsländern teilweise gegeben, rein jetzt von der Statistik her. Diese Erwartungshaltung und das, was hat mir der Staat zu liefern und zu bieten. Interessant, das UNHCR, das Flüchtlingshochkommissariat, hat in den letzten Monaten nicht besonders erfolgreich wenigstens 500 Syrer davon überzeugen können, einen der 7.000 von Portugal angebotenen Aufnahmeplätze anzunehmen. Portugal hat sozusagen noch 6.500 Asylplätze offen, die nicht angenommen werden, weil natürlich die Wohlfahrtseinrichtungen in Portugal ganz andere sind als in Schweden oder in Deutschland. Und ich habe das Beispiel Portugal im letzten Dreivierteljahr auch immer wieder herausgegriffen, weil wenn ich ein syrischer Handwerker, Unternehmer bin und ich entscheide mich aus familiären Gründen, weil ich glaube an das Land nicht mehr, ich meine, es hat keine Zukunft, ich gehe vor gut weg und verlasse und emigriere, dann ist innerhalb Europas meines Erachtens ein Land wie Portugal das Eheste, das mir das bietet, was ich aus meiner Heimat kenne, nämlich kleingewerbliche Strukturen im städtischen Raum. Das haben Sie in Lissabon, das haben Sie in Porto, das haben Sie nicht in Dortmund oder in Malmö, wo Sie eben nicht als Schuster, Schneider oder Handwerker in irgendeiner Form sich wieder verselbstständigen können, weil es einfach nicht diese Händlertradition gibt und weil das Kleingewerbe zerstört wurde und durch Ketten ersetzt. Also ist mir nicht ganz nachvollziehbar, warum man nicht diese Angebote annimmt. Und es gab ein größeres Interview mit dem UNHCR, wo er gesagt hat, diejenigen, die wir überreden konnten, nach Portugal zu gehen, die haben es auch nicht bereut, die sind recht glücklich. Also soviel sozusagen zu den falschen Erwartungen, in einer Turnhalle von Dortmund zu sitzen oder sich vielleicht in Lissabon oder in einer kleineren portugiesischen Stadt wieder etwas aufzubauen. Wenn es geht auch um diese Frage, wie integriere ich, um wieder bei der Integration zu sein und nicht bei dem eher unbeliebten Begriff der Assimilierung, meines Erachtens wäre der Zugang eigentlich der, dass ich zuerst die Flüchtlingskonvention wirklich anwende und die bestehenden Rechte eben umsetze und erst dann mit dem Personenkreis, der diese Kriterien erfüllt, der in gewisser Weise sozusagen übrig bleibt, mich diesen voll und ganz widme, was Zuwendungen, was Deutschkurse, was Ausbildungen und so weiter anbelangt. Ich habe den Eindruck, dass gegenwärtig in einem Gießkannenprinzip über alle das ausgeschüttet wird, ohne dass man hier wirklich sich konzentriert auf diejenigen, die Konventionsflüchtlinge sind. Das wird einfach nicht gehandhabt. Und wie zuvor von Herrn Christian Stache ausgeführt, die Problematik der eben Nicht-Erfüllung der Kriterien der UNO-Flüchtlingskonvention, das ist ein wesentliches Thema. Ich habe den Eindruck, dass Europa hier in seiner Verwundbarkeit, Selbstaufgabe wurde heute auch schon genannt, vielleicht auch unter einer Geschichtsschreibung leidet, die zum einen den Zweiten Weltkrieg ausschließlich aus der Perspektive des moralischen Versagens sieht und nicht andere geopolitische, historische Gründe, die das Gemetzel von 1939 bis 1945 eben auch weiters noch erklären könnten. Dass man also unter dem Titel des moralischen Versagens, unter dem Titel aber auch der Schuld, die die Kolonialmächte verursacht haben, haben, tragen, dass man hier also wahrscheinlich teilweise in einer Selbstverleugnung eben eine Politik führt, die weder den Schutzsuchenden noch den eben Staaten in Europa wirklich die Lösung bietet. Unter diesem Titel darf ich auch verweisen auf einen Roman, der vielleicht der einen oder anderen unter Ihnen bekannt ist, er wurde jetzt neu aufgelegt, des Franzosen Jean Raspay, das Heerlager der Heiligen, Le Conde Saint, 1973 verfasst und er beschreibt darin eine Fluchtbewegung, einer Hungerflotte aus Indien kommend, die ursprünglich in Ägypten landen wollen, von der ägyptischen Armee aber zurückgeschlagen werden, aber dann in Frankreich landen und er beschreibt eine Situation, die sehr stark dem ähnelt, was wir heute vor allem in Schweden und Deutschland und Österreich erleben, nämlich diese starke Kluft in der Bevölkerung im Sinne von, ja, wir müssen helfen, nein, wir müssen vorsichtig sein und man muss sozusagen mit dem Ganzen vielleicht mit einer Portion Skepsis umgehen. Er beschreibt die Rolle der Medien, aber auch der Kirche, wie die eben in diesem Roman handelt und in gewisser Weise hat dieser prophetische Roman eine bittere Wirklichkeit erwischt, aber ich fürchte, dass Europa in seiner Verwundbarkeit vieles nicht richtig erfasst, eben Teile der europäischen Politiker, vor allem aber auch jener eben, die in Brüssel weiterhin auf eine europäische Lösung zählen, die es nicht geben wird, das hat es die letzten fünf Jahre nicht gegeben, als die Flüchtlingskrise vor allem Italien erreichte. Es wird immer wieder der Ruf, auch nach einem arabischen Marshallplan laut, ich würde sagen, den hatten wir in der Vergangenheit über die verschiedensten EU-Nachbarschaftsinitiativen, die auch nichts gefruchtet haben und das, was meines Erachtens hier viel mehr erforderlich ist, wirklich einen klaren Kurs zu behalten und eben diese ganzen Pull-Faktoren, die im Sinne der Einladungspolitik vor allem der deutschen Kanzlerin, aber nicht nur ihrerseits laut wurden, dass man diese eben einfach hinter sich lässt und hier einen klaren Linie, einen anderen Kurs vorgibt. Es hatte das UNHCR Mitte der 80er Jahre mal eine sehr kluge Initiative, das war, als die Satelliten-Sender gerade aufkamen und eben waren auch in den Slums von Westafrika, so manches Bild vorgegaukelt bekam von dem, was ein Leben in Europa bedeuten könnte, hat das UNHCR damals sehr gute Videospots angefertigt, um junge Menschen zu warnen vor dem Weg nach Europa. Es wurden in diesen kurzen Filmen eben gezeigt, ein junger Mann aus Nigeria, nach Europa gewandert, ruft aus einer Telefonzelle, wir sind noch in den 1980er Jahren, seine Familie einmal im Monat an, um zu erklären, es sei alles wunderbar, aber man zeigt dann seine Wirklichkeit, er ist Bettgeher in einem Kellergeschoss, er wandert in die Drogenkriminalität ab und so weiter und man verteilte diese Videos, man zeigte sie in den nigerianischen Fernsehstationen. Derartige Initiativen hätten einfach langfristig fortgesetzt werden müssen, also man holt das jetzt nach, indem man eben Busse in Kabul mit Warnungen sozusagen, versuchen sie ja nicht ihr Glück. Es wird sich vielleicht das eine oder andere umsprechen durch die Rückkehrer, das ist dann die Mund-zu-Mund-Propaganda, aber man darf eines nicht vergessen, das Elend und der Bevölkerungsdruck, der in Schwarzafrika herrscht, ist noch ein ganz anderer als die Situation in Nordafrika und im Nahen Osten. Also ich kenne selbst Schwarzafrika nicht sehr gut, ich kenne nur Angola und Mosambik aus eigener Anschauung, aber hier ist natürlich auch mit dem Ende des Wirtschaftswunders, das zehn Jahre lang weilte, im Sinne hoher Rohölpreise ist zu Ende und es wird genau aus diesen Gegenden eben zu größeren Bewegungen kommen. Und nachdem eben auch die Problematik Frontex und wie wir jetzt hier agieren gefallen ist, ich persönlich habe meine großen Zweifel an dem, also jetzt in aufbaubefindlichen NATO-Einsatz durch die britische Marine im südlichen Mittelmeerraum. Es fehlt ihnen an Geländewissen, es fehlt ihnen an Kontakten zu den wesentlichen Gewehrsleuten, wir sind auch wieder bei der Sprache. Also hier versucht jetzt die Europäische Union einen neuen Gaddafi in Libyen aufzubauen, denjenigen, den sie sozusagen jahrzehntelang als ihren besten Freund hatte, weil er war dieser Garant für eine sehr makabre auch Politik der Hintanhaltung der Flüchtlingsströme. Ob dieser neue starke Mann von Libyen die dritte, de facto dritte Regierung in Libyen sein wird, die man jetzt auch eben mit Waffen ausstatten will. Das Waffenembargo wurde eben aufgehoben bei der Konferenz, also es gab dafür Gespräche für diese Aufhebung des Waffenembargos. Bloß, es wird nicht gelingen. Diese nordafrikanische Route ist eine, aber sie ist eine unter vielen. Und der Kniefall vor Erdogan ist meines Erachtens eben das ganz besonders Fatale in diesen hilflosen Versuchen, hier eine physische Lösung zu finden. Es werden sich Routen, wie vorher schon geäußert, eben was Pakistan, Bangladesch anbelangt, über die eurasische Landmasse im weitesten Sinne finden. Und wenn diese dann über das Kaspersche Meer gehen oder über den Ural oder was auch immer, werden sich diese Routen finden. Und ich weiß nicht, ob hier die europäischen Exekutive, Streitkräfte, wie auch immer, eben auf gewisse Situationen wirklich vorbereitet sind. Weil dafür bedarf es nicht nur einer bestimmten Ausrüstung, sondern es bedarf auch einer gewissen Resilienz, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und es wird jetzt versucht, in Schnellsiedeverfahren Exekutive auszubilden. Das Problem hat unter anderem auch Schweden, wo die Polizisten in Scharen davonlaufen, wo man eine Exekutive sozusagen ständig neu besetzen muss, weil Burnouts, was auch immer, also die Leute wegtreiben, Durchschnittsdauer, also verkürzlich auf einige Jahre und nicht mehr 30 oder 40 Dienstjahre. Und es wird auch in Staaten wie Schweden, Frankreich, Großbritannien nicht nur vor dem Hintergrund der Anschläge des letzten Jahres über eine Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in den Parlamenten diskutiert, wenn man einfach nicht die Kapazitäten hat, beispielsweise um in einem Land wie Frankreich all die öffentlichen Plätze zu sichern und sei es nur durch Patrouillen oder durch Körperkontrolle beim Eingang, beispielsweise in Einkaufszentren, aber auch Kirchen, wo eben jetzt überall Kontrolle stattfindet, weil man einfach Sorge hat eben vor dem nächsten Ausbruch an terroristischer Gewalt. Und ich fürchte, dass die Qualität an neuen Terroranschlägen, mit denen wir in Europa konfrontiert sein werden, und ich zitiere hier nichts, also ich sage nichts Neues, ich zitiere die Aussagen des Europol-Berichtes von Ende Jänner, beziehungsweise dessen, was libanesische, tunesische Nachrichtendienste schon im letzten Jahr immer wieder verkündet haben, es wird zu gefechtsartigen Auseinandersetzungen kommen. Das heißt, sie haben da nicht Leute, die sich nur mit, unter Anführungszeichen, nur mit einem Sprengstoffgürtel versuchen, in einem Fußballstadion oder auf einem Bahnhof in die Luft zu sprengen, und das vielleicht in solchen Intervallen, dass die Hilfseinsätze, die Feuerwehr, wie auch immer, dann in weiterer Folge eben auch erwischt werden, so wie das der Fall war eben auch bei den, es ist regelmäßig der Fall, bei Terroranschlägen in Bagdad oder zuletzt eben in Syrien, sondern wir werden eine neue Qualität, unter Anführungszeichen, gesetzt haben, wo es zu gefechtsartigen Situationen kommt. Die libanesische Armee war damit konfrontiert in Nach-El-Baret in Tripolis. Die tunesische Armee hat in den letzten Wochen derartige Razzien durchgeführt, den Gefechten endeten. Die jordanische Armee hat regelmäßig ihre Belagerungssituationen im südlichen Jordanien. Und dann haben sie die Situation, dass innerhalb einer Woche, zwei Wochen, eben so lange diese Gefechte andauern, vielleicht 200 Soldaten, 200 Polizisten auf Seiten eben der Exekutive ums Leben kommen. Und mit einer solchen Situation moralisch, personell, von den Kapazitäten und so weiter umzugehen, der Fürchte ist, fehlen in Europa einfach viele Voraussetzungen. Und das ist die große Sorge, dass eben in einer solchen Situation sehr, sehr vieles kippen kann. Die gesamte, das was man auf Französisch einfach nennt, Le Moral, das dann sozusagen kippt. Und das sind wie gesagt nicht jetzt Kassandra-Sprüche, die aus dem Nichts herrühren, sondern das ist alles eben auch nachzulesen in den Analysen von Europol, die wie gesagt das beschreiben, was seit ein, zwei Jahren bereits viele nahöstliche Nachrichtendienste eben immer wieder davor warnen und spricht man mit Kollegen im Libanon oder in Ägypten, Iran, man hört immer wieder als Grundtinor, ihr wisst nicht, worauf ihr euch eingelassen habt. Und da, glaube ich, ist einfach auch vonnöten eine auf technischem Niveau und auf Gegenseitigkeit, also wirklich echter Reziprozität beruhende Zusammenarbeit. Man hat in den letzten Jahren immer wieder auch ein wenig arrogant hinuntergeschaut, seitens der Spanier auf die Marokkaner, seitens der Franzosen auf die Algerier, aber letztendlich kamen viele nützliche Hinweise. Und das, was diese Behörden den Europäern zum Vorteil haben, damit runde ich ab, was wir vorhin über die Sprache gesagt haben, sie können Arabisch ihre Muttersprache, sie beherrschen ein exzellentes Englisch, ein exzellentes Französisch, das heißt, sie haben viel, viel Möglichkeiten, Abhörprotokolle im großen Stil, wie auch immer, zu interpretieren und ihre Schlüsse zu ziehen, als das den europäischen und schon gar nicht den nordamerikanischen Geheimdienst, dem in diesem Umfang möglich ist. Also wir sind hier wirklich in einem Ungleichgewicht der Kenntnisse. und ich würde sagen, diejenigen, die zugeschlagen haben oder zuschlagen werden in Zukunft, sie kennen unsere Gesellschaften und sie kennen vor allem die Schwächen unserer Gesellschaften sehr, sehr gut, nur wir haben keine Ahnung, was sie sozusagen letztendlich wirklich antreibt. Und da ist eben eine absolute Ungleichgewichtigkeit da. Und damit schließe ich. Danke sehr. Ja, vorweg vielen Dank, Frau Dr. Kneissl, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben und Sie haben auch jetzt ein Buch erwähnt, das Heerlager der Heiligen, in dem es ja um ein endzeitliches Szenario für Europa geht, das Ende des christlich-säkulären Europas durch Massenbewegungen aus dem afrikanischen und arabischen Raum Richtung Europa, die zu Zeiten der Erstellung dieses Buches völlig unrealistisch oder utopisch waren, allerdings mittlerweile ja durchaus zumindest einen ähnlichen Lauf genommen haben. Und jetzt wäre vielleicht meine abschließende Frage an den Bundesparteiobmann, was man noch machen kann, um so ein natürlich apokalyptisch gezeichnetes Ende Europas abzuwenden und sozusagen welche Maßnahmen noch gesetzt werden könnten, um die Situation wieder in Griff zu bekommen. Also ich glaube grundsätzlich weiß jeder, der sich mit Geschichte auseinandersetzt, dass jede Völkerwanderung in der Menschheitsgeschichte immer zu Gewalttätigkeiten geführt hat und zu dramatischen Entwicklungen und Blutvergissen. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Wir haben sie mit einer modernen aktuellen Völkerwanderung ausgelöst, durch die Prozesse, die ich vorher beschrieben habe und das macht es besonders gefährlich und wir brauchen daher eine einerseits offene Debatte, aber auch ein rasches Umdenken. Entweder der politischen Verantwortungsträger oder ich sage in der Bevölkerung, dass neue politische Verantwortungsträger auch entsprechend die Kraft erhalten, das in Angriff zu nehmen. Denn wir stehen im wahrsten Sinne des Wortes vor einem Untergang Europas und die Frage, die sich stellt ist, schauen wir zu, sehenden Auges hineingehend oder versuchen wir sozusagen dieses Europa, wie wir es kennen, lieben und schätzen gelernt haben, noch zu retten und als christliches Abendland zu erhalten. Und diese Frage stellt sich, entweder findet eine weitere Islamisierung Europas statt, das muss man so offen ansprechen und damit wird es auch dieses Europa, wie wir es kennen, als christliches europäisches Abendland in der Form nicht mehr geben. Und ich sage das spätestens auch seit den Anschlägen von Paris und Brüssel, sind wir natürlich in diesem Konfrontationsbereich drinnen mit dem Islam. Und das ist natürlich eine zugespitzte Auseinandersetzung, die man nicht auf den Terrorismus reduzieren darf. Das ist der eine Bereich, der Terrorismus. Aber das Ziel der meisten islamischen Organisationen, die den politischen Islam leben, der Muslimbruderschaft oder die Miligöros oder die Atib und andere Strukturen, die haben ja ein klares Ziel, nämlich letztlich, dass natürlich eine Islamisierung Europas stattfindet und dass der politische Islam natürlich auch als Glaubenslehre viel, viel mehr darstellt. Er ist eine Zivilisation, ein politisch totalitäres System, eine Rechtsordnung, eine Religion und er umfasst letztlich die Scharia als rechtsverbindliche Struktur. Und ich sage vor dem Hintergrund muss man natürlich auch die heiligen Schriften und den Islam und den Koran und die Haditen auch kennen und müsste in Wahrheit darauf bestehen, wenn man eine Religionsgemeinschaft hier anerkennt, dass man auf Basis der übersetzten deutschen Inhalte das auch kennt, bewerten und beurteilen kann und sagen kann, das passt aber nicht in unser Rechtssystem. So etwas können wir nicht anerkennen, wenn da zum Beispiel dann, ich sage, man sich darauf beruft, wie zum Beispiel Übersetzungen wie die Sure 291 und tötet die Heiden, wo immer ihr sie zu fassen bekommt und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Oder Sure 293 und kämpft gegen sie, bis niemand mehr versucht, Gläubige zum Abfall vom Islam zu verführen und bis nur noch Allah verehrt wird und vieles mehr. Das kann man jetzt fortsetzen. Wie ist das zu interpretieren? Wird das wortwörtlich gelebt oder gibt es eben eine neue Interpretation, so wie das ja auch zum Glück im Alten und Neuen Testament der Fall gewesen ist, und gibt es da eine Weiterentwicklung oder nicht. Denn wenn nicht, dann muss man irgendwann einmal den Mut haben zu sagen, dass unter den Vorgaben dieses politischen Islam letztlich der Islam eben kein allgemeines Menschenrecht anerkennt, weil er die Muslime über alle anderen gläubigen Menschen stellt. Und ein Nicht-Muslim, einen sogenannten Kuffer oder Kafir, einen Ungläubigen, halt in einem muslimischen Land niemals rechtlich gleichstellen wird. Und der Islam, letztlich der politische Islam, natürlich, und der wird von der überwiegenden Mehrheit der Muslime auch leider so gelebt, ist mit einem demokratischen Rechtsstaat, so wie das festgelegt ist, eben nicht vereinbar. Und das muss man offen diskutieren und muss offen sozusagen da in die Debatte gehen, weil liberale Muslime, die gläubig sind, die ihren Lebensbereich leben, wie viele christliche Katholiken privat, genau. Da braucht man keine Moschee und viele gläubige Menschen haben ihren Glauben privat, aber wenn es um diese Glaubensstruktur geht, dann ist die eben wirklich mehr als kritisch zu hinterfragen. Und da müssen wir wirklich aufpassen, weil sonst werden wir das nicht mehr einholen. Und deshalb ist es so wichtig sozusagen auf das zu kommen, was notwendig ist. Einerseits zu sagen, dass Scharia bei uns nicht einmal irgendwo was verloren hat, dass radikal-islamistische Vereine, die seit Jahren subventioniert werden, und Kindergärten, die sind aufzulassen. Die hat man nicht zu subventionieren, die hat man gar nicht zu genehmigen. Solche Strukturen darf man gar nicht zulassen. Wenn jemand zu uns kommt, hat er in unseren Kindergärten erzogen zu werden. Und hat in unserer Gesellschaftsstruktur... Applaus Wenn Menschen sich für den islamischen Staat als Kämpfer gemeldet haben, dann kann ich die nicht zurücklassen. Da muss ich denen die Staatsbürgerschaft entziehen. Und da muss ich sagen, Einreiseverbot. Und wenn jemand illegal zurückkommt, dann hat der in Haft genommen zu werden. All das passiert nicht. Und wir brauchen daher klare Vorgaben in diesen Bereichen. Einerseits der Schutz unserer Staatsgrenzen, wo letztlich auch kontrolliert wird, wo geschützt und gesichert wird, wo man auch jene, die man hereinlässt und eben nicht aufgrund von Rechtswidrigkeit abweist, mit Fingerabdrücken, mit Fotos auch entsprechend registriert. Und andere, wo schon von vornherein klar ist, die entsprechen nicht den Kriterien auch wirklich konsequent abweist. Und wenn die Europäische Union versagt, dann müssen wir, wenn dort Gesetze gebrochen werden, unseren nationalstaatlichen Grenzbereich selber schützen. Weil das ein Versagen der Europäischen Union ist. Und das muss man klar ansprechen. Und da braucht es auch eine klare politische Definition. Festung Europa, die muss man wollen. Nämlich das Abweisen von Wirtschaftsflüchtlingen, der klare Kampf gegen den politischen Islam und Dschihadisten und letztlich auch den Außengrenzenbereich im Schengen-Raum entsprechend auch und konsequent zu schützen. Und dieses Signal muss politisch klar definiert sein und ausgesprochen werden, um in diesen Ländern das auch zu kommunizieren, damit die gar nicht aufbrechen, weil sie diese Konsequenz kennen, die natürlich dann auch gelebt werden muss. Und dann braucht es die Wiederherstellung der Staatsgewalt, damit eben nicht in unserer Gesellschaft Parallel- und Gegengesellschaften entstehen können. Die haben wir ja bereits. Wir haben ja diese Parallel- und Gegengesellschaften bereits. Und in vielen Städten Europas sind ganze Stadtviertel bereits verloren, wo wir heute gehört haben, dass sich die Polizei gar nicht mehr hineintraut. Und wirklich die Leute Angst haben in diesen Regionen. Und da muss man hergehen und da braucht es auch Änderungen, dass man klar und deutlich sagt, wer Integration verweigert, wer unsere Werte, unsere Gesellschaft ablehnt, für den darf es nicht nur keine Staatsbürgerschaft geben, da muss man es notfalls auch wieder entziehen. Und da muss man auch klar und deutlich sagen, du bist hier nicht willkommen in unserer Gesellschaft. Und da darf es auch keine Sozialleistungen geben. Und man muss weg von den Sozialleistungen, wenn hin zu konkreten Sachleistungen. Und wenn einer am Ende keine Bereitschaft hat, eben sich den Vorgaben auch irgendwo unter- oder einzuordnen, da muss man sagen, du gehst. Und diese Konsequenz muss folgen. Und man muss sich gegen den Terrorismus rüsten, muss klar und deutlich für all jene, die das verherrlichen, dass man Menschen umbringt und den Kopf abschneidet, weil sie andersgläubig sind oder andere Lebenseinstellungen haben, das muss man ganz klar und deutlich so handhaben, wie den Wiederbetätigungsparagrafen. Da gehört gegen den radikalen Islamismus ein ganz klares Verbotsgesetz her. Und ich glaube, das sind alles die Bereiche, die man angehen muss. Und über die müssen wir offen debattieren. Da dürfen wir kein Diskussionsverbot zulassen, das ja von anderen politischen Mitbewerbern oftmals gefordert wird. Du wirst sofort unter den Generalverdacht gestellt. Das ist etwas ganz, ganz Böses, was man da tut, weil man halt kritisch ist. Aber Entschuldigung, Kritik gegenüber Religionen, auch gegenüber dem Christentum ist selbstverständlich legitim. Und wenn jemand eine Religion missbraucht, dann erst recht. Und sozusagen das politisch versucht zu missbrauchen. Und so gesehen ist es wichtig. Und der Kniefall gegen Erdogan, und dann bin ich schon am Ende, zeigt ja auch einiges auf. Die ganze Lage in der Region da unten zeigt einiges auf. Dass dort aus geostrategischen Interessen die Türken, die Saudis, unterstützt von den Amerikanern, ja überhaupt erst diesen islamischen Terrorstaat zugelassen und möglich gemacht haben. Darüber redet man doch heute gar nicht. Dass man die mit Waffen beliefert, mit Munition beliefert. Dass man blutige Ölgeschäfte mit denen macht. Dass man in Wahrheit das System eines syrischen, das Assad-System bewusst destabilisiert hat. Wo ja halbwegs dort Frieden und Kontrolle vorhanden war. Ähnlich wie bei Gaddafi und anderen Bereichen. Das wird ja heute gar nicht debattiert. Das heißt, wir haben hier eine europäische Politik, die zumindest weggesehen hat und sich mitschuldig gemacht hat, wenn nicht sogar verstrickt ist in dieser Entwicklung. Und dann macht man noch mit den Haupt- oder mit einer der Hauptverantwortlichen wie dem Erdogan, den sieht man als Partner und macht Partnerschaft. Der hergeht und auf Frauen schießen lässt mit Gummigeschossen vor dem Weltfrauentag, der der Opposition jetzt sozusagen an den Kragen geht, in dem dort die Immunität aufgehoben werden soll, der mit der Polizei Medien, Oppositionsmedien stürmen lässt, der ganze Stadtteile, wo Kurden leben, die Minderheit dort bombardiert und die Leute dort mit militärer Gewalt sozusagen auch auf der Straße mit Gewalt begegnet, niederschießt und vertreibt. Das ist ja ungeheuerlich. Mit so jemandem sucht man eine Partnerschaft, während man mit einer zivilisierten Demokratie, sage ich jetzt einmal, die sicherlich da oder da autoritär ist, aber nicht einsatzweise solche Sachen liefert, wie Russland gegenüber Sanktionen ausspricht. Da gehören Sanktionen gegen die Türkei her, aber doch keine Partnerschaft. Das ist ja ungeheuerlich. Und an dem Beispiel kann man sehen, dass diese Vertreter der Europäischen Union sich selber gar nicht ernst nehmen können. Das ist fadenscheinig, das ist scheinheilig und das ist falsch. Ihr gesamtes politisches Schönsprech ist falsch. Das ist in so vielen Bereichen überführt und entlarvt, dass man eigentlich sich nur mehr wundern kann, was haben die für ein politisches Ziel? Also manchmal glaubt man wirklich, die Selbstaufgabe und den Untergang Europas voranzutreiben. Das ist das, was man manchmal wirklich sozusagen als am Ende der Wegstrecke, was da überbleibt, weil anders kann man das ja gar nicht mehr begreifen oder verstehen. Und so gesehen ist es so wichtig umzudenken, weil sonst wird halt Europa untergehen wie das alte Rom. Ich sage, wir treten an, um Europa zu retten. Das ist unser Anspruch und ich sage, das haben auch unsere Kinder und Kindeskinder verdient und ich hoffe, dass wir das auch gemeinsam schaffen werden, weil eines muss man sagen, die Zeit und die Demografie läuft uns davon. Das ist unser Anspruch und das ist unser Anspruch und das ist unser Anspruch. Ich bin dankbar dafür, dass wir das heute erleben konnten bei der ersten Veranstaltung der Akademie. Und ich möchte allen Diskutanten herzlich danken. Es war ein Klartext, der gesprochen wurde, sowohl von Dr. Alvayati, der eher der emotionelle Teil der Veranstaltung gewesen ist. Die Frau Dr. Kneissl hat ja sehr nüchtern und kühl Zustände geschildert, wie sie passieren, wie sie gegeben sind, was wir in Europa haben. Und die politische Schlussfolgerung unseres Bundesbeitragmanns ist höchst notwendig, ist zu vollziehen. Es ist fünf nach zwölf, nicht fünf vor zwölf. Wenn wir nicht sofort handeln, wird wahrscheinlich Europa und das deutschsprachige Mitteleuropa Österreich nicht haltbar sein. Es ist leider so, dass die Bedrohung, die auf uns zukommt oder schon längst da ist, der Bevölkerung noch nicht ganz bewusst ist. Es wird mehr und mehr bewusst, das wissen wir. Wir wissen es aus den Wahlergebnissen, wir wissen es aus den Stimmungen der Bevölkerung. Aber es ist ein dringendes Handeln geboten und die europäische bestehende Bevölkerung ist zersplittert in einer Meinungsvielfalt. Es fehlt eine einheitliche Meinung zur Abwehr dieser Dinge und es genügt offensichtlich, wenn nicht bald etwas passiert, eine entschlossene Minderheit, andere Verhältnisse herzustellen. Das ist leider die Wahrheit. Ich bitte euch, wir müssen uns das unseren allen, die wir kennen, mehr mitteilen und ich hoffe, dass es uns gelingt, diese Dinge zu vermitteln und politisch in Europa umzusetzen. Ich danke für Ihren Besuch. Die Diskussion ist beendet. Es kommt aber unabhängig von den bedauerlichen Gegebenheiten, mit denen wir uns befassen mussten, auch ein angenehmer Teil, nämlich es gibt ein Buffet und zumindest gibt es Getränke. Ich danke für Ihren Besuch.